Ja, moin Leute, hier ist wieder euer Top-YouTube-Qualitäts-Content-Creator, Profi-YouTuber mit Herzen, das bin ich, Herr Malzahn. Malzahn. Gruselig, ein bisschen wie früher das Schaf, diesmal aber mehr in Richtung Schlange. Ja, ich begrüße euch bei dem Format Klassiker, Klassiker, Popassiker. Ja, der Drachenlord philosophiert übers Leben und gibt uns interessante Lebensweisheiten mit auf dem Weg, dass wir Fehler korrigieren können. Im Vlog des Drachen 005, eine Woche kaum Videos vom 30.03.2014, das heißt wir sind immer noch im März, bevor wir dann beim nächsten Video wieder in die Zeitmaschine steigen und in den April reisen. Ich freue mich. Wir schauen bei Ruhe, Rainer. Schon wieder. Wie immer bei Ruhe. Ich habe das Gefühl, ich schaue nur bei Ruhe, Rainer. Der ist so aktiv, da würde ich mal sagen, Rainer, geh bei Ruhe. Naja, so ist es halt. So ist es. Genau. Und mehr gibt es nicht zu erzählen, außer natürlich, danke an alle, die mich mögen. Ich mag euch auch. Ja. Jetzt haben wir alle gemerkt, was Cringe bedeutet. Hallo. Gut. Bevor es noch unangenehmer wird, holen wir Raini dazu. Der muss das jetzt auffangen und wiedergutmachen, was ich in den ersten anderthalb Minuten nicht geschafft habe. Raini, wo bist du? Rein ins Video. Hopp, hopp. Wir müssen uns beeilen. Das Video dauert eine halbe Stunde von dir. Es könnte sein, dass wir hier dann nachher wieder Überlänge haben. Dann müssen wir es mit Pause machen und so. Dann können wir nur eine Vorstellung am Abend. Ihr kennt das Ganze. Das ist im Kino einfach nicht gerne gesehen. So, Raini. Rein mit dir. Ah, da kommt er und erwärmt direkt mein Herz. Oh, mit der Hand vor dem Mund. Ich hoffe, die nimmst du gleich weg, sonst können wir dich schlecht verstehen. Nur ein Tipp von mir. Profitipp. Ja. Oh, wie er da sitzt. Leute, mit der Hand so vor dem Mund. Das ist der Nachdenklichkeitslord. Auf jeden Fall. Oh. Ich glaube, es war Dostoyevsky, der mal gesagt hat, mein lieber Drachy. Nein, ich glaube, das Zitat ist Bruder. Du kannst gar nichts machen. Nein, du kannst gar nichts tun. Wes- Warte, Moment. Bruder, du kannst gar nichts tun. Weshalb ich aufhören würde, dich zu lieben. So ist das Zitat von Dostoyevsky. Ich glaube, als er das gesagt hat, hat er an den Drachen gedacht. Jetzt, hier, genau in dem Moment, wo er hier so sitzt. Ich spüre eine geistige Verbindung. Ach, Dachy. Ich spüre auch jetzt, ja, es ist alles schön. Ich drücke jetzt einfach mal auf Start und hoffe, dass er nicht Servus sagt und anfängt zu reden. Vielleicht haben wir ja diesmal Glück. Metal, Leute. Hm. Klir, Bron, zerbrochenes Herz eingeblendet, Sounddatei vom Soundboard. Servus und herzlich willkommen. So, ich möchte, gut, ich habe einen Zucker drin. Ich habe noch Zucker drin. Gut, mach erst mal deinen Tee. Während du umrührst, kann ich nochmal kurz die Kulisse beschreiben. Also, wir sind wieder im Arbeitszimmer des Lords. Man erkennt es an der wunderbaren Kabelführung. Mittlerweile hängt links irgendein noch ein Lappen, also ein großes Tuch herunter, das zumindest bei niedriger Auflösung Ähnlichkeiten zur Tapete hat, wenngleich auch etwas dunkler. Rechts vom Lord erkennen wir den Wasserkocher. Damit hat er sich wahrscheinlich einen Grad einen Tee gemacht, den er dann trinken möchte, schätzungsweise, nachdem er ihn in Zucker ertränkt hat. Und ansonsten, ja, hinten die übliche Unordnung kann man nicht ganz so gut erkennen. Vielleicht dreht der Drache sich gleich nochmal weg, dass wir so ein bisschen, dass wir ein bisschen mehr Einblicke haben. Wir sehen den Schreibtisch nicht, die Kamera sitzt verkehrt, direkt auf dem Schreibtisch wahrscheinlich, auf drei CDs wahrscheinlich, oder auf seinen 10-Euro-Stativ, wir wissen es nicht. Was wir wissen, der Drache hat sich rasiert. Drache, es ist so schön. Es sind etwa zwei Wochen vergangen, seitdem wir uns zuletzt sahen. Da hattest du noch deinen Fisselbart. Aber jetzt? Drei Tagebart. Was könnte anziehender auf Frauen sein als ein Drei-Tage-Bart? Frage ich, in die Runde. Das ist eine offene Frage. Vielleicht sogar rhetorisch gemeint. Drache, jetzt kommst du. Tee umgerührt? Okay, dann warte mal. Prost, Prost, Prost. Hm. Ich tink gerade einen Schwarz-Tee-Haselnuss. Extrem lecker. Mit Hafermilch. Also das ist die Kombo der Herzen. So. Achso, es geht weiter. Ich möchte heute mit euch mal kurz über was quatschen. Und zwar, ich habe von euch mehrere Nachrichten jetzt bekommen über diese Woche. Über Facebook. Wahrscheinlich über Facebook. Ja. Lass uns quatschen, Drache. Und anstatt einen normalen Vlog zu machen, in dem ich in 20 Minuten oder so oder in 10, 15 Minuten über irgendwas quatsch, das mir auf der Seele liegt oder was die Woche passiert ist. Oder auf dem Herzen brennt. Werde ich kurz nochmal da drauf eingehen und werde euch nochmal kurz über die Kommentare was erzählen. Oh ja, ich freue mich jetzt schon. Der Drache erzählt wieder über Kommentare. Blendest du diesmal was aus oder? Ne, ne? Wird wieder einfach alles vorgelesen. Ich bin gespannt. Hoffentlich blendet er die ein. Hoffentlich. Es gab einen Kommentar. Ich werde mal nachschauen, dass es auch richtig wieder geht. Und das heißt es hinterher wieder, ich erzähle Scheiße. Würde ich nie sagen. So bin ich noch nie mit dir ins Gericht gegangen. Schön wieder, er macht den Monitor an und zack, sofort ein bisschen das Gesicht so kalkweiß, aber er hält. Kann nicht alles haben. Paradies ist nirgendwo und schon gar nicht in der Schanze. Ja, also Drache. Ich freue mich über die Kommentare. Ich möchte mich nochmal entschuldigen. Mein liebsten Video habe ich die Schnuffelbärchen genannt. Wenn du das jetzt vorlesen möchtest, das ist ja eher privat. Entschuldigung, dass ich das öffentlich gemacht habe. Aber los, was gibt es noch? Auf jeden Fall. Ich habe im Laufe dieser Woche, das mache ich lieber mal aus. Ich habe im Laufe dieser Woche mehrere... Dostoyevsky-Bücher gelesen? Nachrichten bekommen, mehrere Kommentare bekommen. Das ist ganz woanders wieder, ne? Ich habe mehrere Nachrichten bekommen. Oh, ja. Schwieriger Satz. Hatte direkt ein Subjekt und ein Prädikat. Und in einigen hieß es, dass ich mich nicht genug mit euch bzw. mit den Videos beschäftige. Wer hat das denn geschrieben? Hallo? Ist der hier im Raum? Kann der mal aufstehen? Lieber Drachi, du beschäftigst dich zu wenig mit den Videos und mit uns. Ändere das. Dein Schnuffe-Bärchen. Ich war es wirklich nicht, Leute. Okay. Ähm, weil ich jetzt gerade diesen Kommentar direkt lese. Ja, einfach Kaltstart. Fang einfach mal an, Drachi. Wir, wir, wir frickeln uns das dann zurecht. Fang einfach erstmal an. Von DevSprite. DevSprite? Ist das ein Abonnent von ihm? Nein, ne? Hätte er vorgelesen. Ich soll einmal die Band absurd vorstellen. Zum hunderttausendsten Mal. Ich werde keine Nazi-Band vorstellen und ich hasse Nazis. Wo man immer jetzt dazu wieder sagen muss, dann heißt es wieder, ich bin so, ich bin, äh, voreingenommen. Ich bin, äh... Echt, ey? Keine Nazi-Bands vorstellen? Du bist richtig voreingenommen. Was ist absurd für eine Band. Äh, sehr wohl absurd. Ach so, ja. Ja. Kannst du bitte die Band, äh, Stahlgewitter vorstellen? Ach, Drachi. Ach, Drachi. Aha. Ja, finde ich gut, dass du es nicht vorstellst. Müssen wir nicht haben. Das Problem ist, ja, dass jeder Mensch anders denkt und ich kann nicht auf jeden Menschen eingehen. Das geht nicht. Aber du könntest es versuchen mit deinem großen Herzen. Absurd ist eine Band, von der ich weiß, dass ich narzisstische, äh, also nationalsozialistische, äh, Ansichten hat, gut. Das ist ein Unterschied, Drache. Du bist zum Beispiel narzisstisch. Die Band ist, ich kenne sie nicht, vielleicht nationalsozialistisch. Angehaucht. Das ist ihre Sache, dass sie auch solche, äh, dass sie auch sehr viel mit der nationalsozialistischen, äh, sozialistischen, äh, ist ein schwieriges Wort. Kein Problem. Mach ein bisschen, sprichst drei, vier Mal für dich selber, dann läuft's wie geschmiert über die Lippen. Dass sie auch sehr viel mit der nationalsozialistischen, äh, Gemeinschaft zu tun hat. Es ist mir egal, ja. Ich werde über solche Bands nicht reden. Und in Zukunft, und das gilt in Zukunft für alle Bands, ich werde in Zukunft nur, und das steht sowieso immer außer Frage, ich werde Bands nur vorstellen, wenn ich das Okay von der Band habe. Und ich werde Bands nur vorstellen, die ich kenne. Ich brauche das Okay und ich muss sie kennen. Sobald du sie kennst, hast du das Okay nicht mehr. Das ist ein bisschen blöd, Drachy. Du bringst dich da in eine Abschwärtsspirale rein, aus der du nicht mehr herauskommst. Ja. Auf der anderen Seite, du hättest doch ein paar Rechtsrock-Bands vorstellen können, hättest ein bisschen die Texte analysieren und sagen können, warum das politisch ist und wo deiner Meinung nach das nicht geht. Das wäre doch auch spannend gewesen. Oder es wäre nicht spannend gewesen und hätte peinlich geendet. Dann vielleicht doch nicht, aber grundsätzlich? Also, kannst du dir ja vorstellen und uns quasi warnen. Hättest du ja als Format machen können. Der Drache warnt. Achtung. Rechte Bands und zu viel Zucker im Tee. Nicht gut. Beziehungsweise die ich gerne höre. Denn es bringt nichts, wenn ich über Bands labere, die erst einmal schon mal Ansichten vertreten, ob die jetzt eher personentechnisch, also die Persönlichkeit von den Bandmitgliedern, wie die jetzt eine persönliche Einstellung haben oder sowas, interessiert mich nicht. Das ist denn ihre Einstellung, das ist denn ihre Sache. Aber in erster Linie interessiert mich der Einfluss von der Band auf die Gesellschaft und die Allgemeinheit. Und ich werde sowas nicht unterstützen. Denn erst einmal... Ja, aber Drache, wenn du darüber redest, musst du es ja nicht direkt unterstützen. Du kannst ja auch darüber reden und dann uns sagen, dass das nicht gut ist. Also, du könntest es machen. Musst du jetzt nicht. Halt ich so Sachen absurd? Das ist zum Beispiel, wenn ich schon den Kommentar absurd lese, dann denke ich als allererstes, und das ist nicht böse gemeint, dann denke ich... Als allererstes, was ist denn das für ein Wort absurd? Das finde ich absurd, habe ich noch nie gehört. Als allererstes an Nazis, weil ich mit dieser beknackten Band, sage ich ganz ehrlich, wie es ist, mit dieser beknackten Band, habe ich mir jetzt so ein fettes Eigentor geschossen, dass ich mich mit einer beschissenen, kleinen Baby-Kinder-Scheiße von nationalsozialistischen Black-Maddlern... Nationalsozialistische Black-Maddler? Ach, wir tauchen wirklich ganz tief in ein Sub-Sub-Sub-Sub-Genre ein. Nein, nein, ein Sub-Sub-Sub-Sub-Genre von Metal. Ähm, nationalsozialistische Black-Maddler? Okay, wow. Okay, Drachy. Oh, da hättest du doch mal so eine Genre-Vorstellung machen können. Was ist zum Beispiel der Unterschied zwischen einem nationalsozialistischen Black-Maddler und einem nationalsozialistischen Pagan-Maddler? Oder Superspeed-Pagan-nationalsozialistischen Maddler? Also, das wäre jetzt mal deine Aufgabe gewesen. Für mich als Laien klingt das wahrscheinlich alles gleich. Und wenn die in den Liedern nicht singen, sondern schreien, höre ich den Text ja auch nicht, Drachy. Also, hilf mir da. Das musst du ein bisschen ausklamüsern, ein bisschen feinfühliger an die Sache rangehen. Ich brauche deine Hilfe hier an der Stelle. Ja, bitte. Ja, so heißen sie. Also, es ist eine NSB-Metal-Gruppe. Eine NSB-Metal-Gruppe. Okay, ja, gut. ETC. Nationalsozialistische Black-Metal-Gruppe ist das. Die haben ein eigenes kleines Billig-Forum, in dem sie jetzt selber hergehen und mich verarschen wollen. Dafür, dass dir diese Band egal ist, machst du ganz schön viel Zeit in sie rein investiert. Jetzt gerade. Ja, finde ich absurd. Also, nee, ist egal. Wenn ihr irgendwelche Videos seht, die von mir offensichtlich geklaut worden sind, wo es offensichtlich heißt, ich sei ein Nazi, wo ich in angeblich eindeutiger Pose dastehe. In eindeutiger... Ich sehe dich noch tanzen im Flüger. Da ist viel drin, Drachi, aber nichts Nationalsozialistisches. Keine Sorge. Dein Tanz ist völlig okay mit den deutschen Gesetzen. Vielleicht ethisch. Vielleicht stößt er ethisch oder moralisch an manche Grundsätze. Aber vom Gesetz her bist du da clean. Es gibt ein Bild von Frecki. Das ist der Sänger von Varg. Schon wieder Varg. Frecki! Frecki! Oh, wie die das geguckt haben bestimmt. Varg saß immer da und hat sich gedacht, hoffentlich kommt mal wieder was Neues vom Drachi, dass er über uns ein bisschen berichtet und Werbung für uns macht. Die Werbetrommel schürt. Frecki! Ich kenne jetzt Varg schon besser als noch vor vier Monaten. Also ich kenne die überhaupt. Seit vier Monaten kenne ich Varg. Und Frecki. Frecki ist der Hauptmann. Und da hat er ein Absurd-T-Shirt an. Frecki? Warum hast denn du ein Absurd-T-Shirt an? Das ist doch eine nationalsozialistische Black-Metal-Band. Und da hat irgendein... Laut Drachi. Nationalsozialistisches Black-Metal-Forum, irgendwie so ein Forum, hat damit Bekanntheit gekriegt, weil sie hergegangen sind, ein Foto von ihm gehabt haben, wo er das Bild hat, wo er das T-Shirt anhat. Und dann hat es geheißen, oh, Varg ist Nazis. Daher kommt dieser ganze Blödsinn. Okay. Können wir das Thema jetzt überspringen? Ich glaube, wir haben es alle verstanden, Drachi. Okay. Red einfach nicht mehr über die Band Absurd und fertig. Punkt, Schnitt. Neues Thema. Eine weitere Sache ist die dunkle Sonne. Oh, er macht wirklich ein neues Thema. Dunkle Sonne? Jetzt bin ich gespannt. Ich erzähle euch gleich, warum. Wahrscheinlich denkt sich derjenige, wo er das jetzt gemacht hat, oh, scheiße, ich hätte nicht gedacht, dass du das mitkriegst. Denkt sich derjenige? Derjenige? Ganz genau. Weil wenn wir schon bei Nazis sind, werde ich das gleich dazu sagen. Viele haben gesagt, das erste Logo hat gewonnen und ich würde euch dazu stimmen. Es gibt jetzt nur ein Problem, das sich allerdings erst danach rausgestellt hat. In dem ersten Logo, in diesem Drachen, ich werde es nicht mit einblenden. Das wäre mir zu anstrengend, das nachher noch hier anzublenden. Ich lasse es mal. Okay, Entschuldigung, Drache. In dem Drachen-Logo, ja, ist das O, also in Lord, das O, ist ein Kreis mit übereinander liegenden Hakenkreuzen. Das auch als... Im O ist ein Kreis mit übereinander liegenden Hakenkreuzen? Wie passt ein Hakenkreuz ins O rein? Da hätte er jetzt gesagt, da ist ein Viereck, da ist ein Hakenkreuz drin, hätte ich es verstanden. A-M-O? Na gut. Ich habe das Bild jetzt nicht vor Augen, er blendet es nicht ein. Lass uns nicht drüber sprechen. Das dunkle Sonne bekannt ist das Symbol. Und ich habe mich da mal ein bisschen erkundigt übers Internet, Google und so weiter, und dann hat sich herausgestellt, dass das mittlerweile, das hat einmal einen anderen Hintergrund gehabt, das habe ich mir nicht genau angeschaut, und mittlerweile ist es allerdings ein sehr integriertes Zeichen aus der nationalsozialistischen Szene, also sprich Nazis und so weiter. Nationalsozialistischen Szene, Szene, also sprich Nazis. Jaja, das haben wir schon verstanden. Und deswegen hat dieses Logo nicht gewonnen. Das ist blöd gelaufen. Nach meiner Liste, es ist jetzt der Platz 3, ja, das Bild 3, das Logo 3, das ist das Teil hier, ist jetzt das Logo, das gewonnen hat. Das Teil hier, was ich auch nicht einblenden werde, aber es wäre das hier gewesen. Also wird das, wird diese Person den Preis kriegen, du wirst demnächst eine Nachricht von mir bekommen, falls du es hier liest. Falls du das hier liest. Ja, ich lese, ich lese die ganze Zeit von deinen Lippen, Drache. Aber einzig und allein, ich verstehe es nicht. Schost, lesen ist aber schlecht. Der späte Stein der Erkenntnis. Auch bei dir gerade durch die Schanze gerollt. So, ähm, ja, das war's das eine. Was ist denn jetzt mit dem, der das O gemacht hat, mit den Hakenkreuzen drin? Ist der, auf welchem Platz ist der jetzt denn gerutscht? Und vor allem, ist der noch im Wettbewerb drin? Kommt man mit Hakenkreuzen doch noch in den Wettbewerb rein? Darry, da musst du nochmal deine politische Einstellung überdenken. Nur so gesagt. Ich würde das ja als Ausschlusskriterium machen, aber alles los war 2014, womit die Leute ihn getrollt haben. Na gut, weiter geht's. Achso, bist du fertig mit dem Thema? Und dann gibt's hier so einen Kommentar. Also, okay, dann meine Geschichte dazu ist, dass als ich 15 oder 16 war und angefangen hab mit Gitarre spielen, dann hab ich natürlich in meiner ersten Euphorie gesagt, boah, ich mach jetzt, ich schreib jetzt ein paar Lieder und dann nehm ich ein Album auf und dann brauch ich nur noch einen Albumtitel und ich wollte das Album Schwarze Sonne nennen. So, und zwar eben auch, wegen Sonne ist ja eigentlich was Schönes, aber doch irgendwie nicht, ein bisschen versteckt, mysteriös, 16-Jähriger, Herr Malzahn, möchte irgendwie bei Frauen attraktiv erscheinen. Und dann kam ein sehr guter Freund von mir und sagt dann, also erstmal, brauchst du mehr als zwei Akkorde? Wichtig. Zweitens, musst du überhaupt noch Texte schreiben und dann, wenn es zum Album kommt, nenn es nicht Schwarze Sonne, nenn es anders, aber nicht Schwarze Sonne. Aber ich, aber ich, nein, nenn es einfach anders. Ja, dann kam es nicht zum Album, aber ich hätte es dann auch anders genannt. Sable C heißt die Person oder der Account jedenfalls. Sable C heißt der Account. Sag mal, nimmst du dich eigentlich selbst noch ernst? Grüße gehen raus an Sable C. Eine gute Frage, Drari. Ständig beschwerst du dich über Hater, aber mal darüber nachdenken, dass du ein großer Mitschuld daran trägst, wäre ja schon sehr viel verlangt. Ja, und wir sind noch Ende März, ne? Wir sind noch Ende März. Ich trage die Schuld daran, dass ich mit Hatern Probleme habe. Natürlich trage ich die Schuld, dass ich mit Hatern Probleme habe, denn ich bin der YouTuber. Ich bin der YouTuber. Jeder YouTuber hat Probleme mit Hatern. Ach so. Und ich beschwere mich nicht darüber, mir sind sie mittlerweile gleichgültig. Schon wieder die Tasse am Mund gehabt. Och manno, schöne Haselnuss die. Mittlerweile sind sie gleichgültig. Also wisst ihr, ich muss mich korrigieren. Ich habe früher ja schon gesagt, die wären mir gleichgültig. Ich bin der YouTuber. Ich bin der YouTuber gar nicht gewesen. Aber jetzt, nach meinem Meditationsprogramm, kann ich eindeutig sagen, interessiert mich nicht mehr. Wen interessieren die Hader schon? Niemanden. Niemanden hier. Das Leben ist schön. Ja gut, Rachi. Nee, ist klar. Am Anfang haben sie mich wirklich angefuckt, abgefuckt. Ange, abge, umge, mitge, alles. Ja. Aber du hast doch da gesagt, dass dich das gar nicht so stört. Also damals, als du die Banama-Schwungaktion gestartet hast. Aber mittlerweile interessiert es mich nicht mehr. Mittlerweile ist mir so egal. Ich rede halt nur gern drüber, aber ist mir ziemlich egal. Ich habe außerdem, ich erzähle er seit Ewigkeiten nicht mehr beschwert. Ich erwähne sie ab und zu mal. Aber ich erwähne ja auch manchmal die Sonne. Einfach so. Ich mag die nicht, aber ich erwähne sie manchmal. Weil ich das mit, ähm, weil ich das mit Vergleichen oft gerne mache. Ja, das hat aber nichts mit den Hatern zu tun. Ja, bitte nicht Vergleiche anstellen, die ein bisschen absurd sind. Oh, absurd. Oh. Schnipsen. Weg. Das mache ich generell gerne. Ich vergleiche gerne Sachen. Und das sind die Hater, wenn es um negative Sachen, speziell wenn es um YouTube geht, sind die Hater nun nochmal das Erste, was einem YouTuber, oder generell jemandem, der viel auf YouTube unterwegs ist, einfällt. Echt? Das ist das Erste, was dir negativ einfällt? Was mir negativ anfällt bei YouTube, ist, dass wenn man einen Kommentar bekommt und den beantwortet und dann jemand darauf kommentiert, dann kriege ich keine Nachricht. Das ärgert mich am meisten gerade bei YouTube. Da haben mir Leute geschrieben, ich habe es gar nicht mitgekriegt, weil ich gerne keine Nachricht bekommen habe. Das heißt, ich muss unter jedem Video selber manuell nachgucken, ob mir jemand auf dem Kommentar, den ich beantwortet habe, noch was geschrieben hat. Das nervt mich. Ja, ach ja, und die Hater sah. Ja, ja, klar. Und das mit den Hatern? Und das ist im Normalfall Standard. Was das angeht mit, ob ich mich selbst noch ernst nehme. Das kannst du überspringen, Drachi. Das sehen wir gerade. Das sehen wir schon wieder seit 5 Minuten. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Ja, das ist auch eins der Probleme, die aufgearbeitet werden müssen. Es ist jetzt zum Beispiel einer dieser Kommentare, da denke ich mir doch, hm, ob ich mich selbst noch ernst nehme. du scheinst an, also, es ist nicht böse und nichts gemeint, aber anscheinend versucht diese Person gerade mich zu analysieren, obwohl es... Ja, versucht sie. Sie versucht dich zu analysieren. dididididididh la위 meine Videos, und ich mache meine Videos zum anderen. Wegen der Ögner? Weil ich Spaß daran habe. Ach so, wegen Spaß. Ja, nee, klar. Das wird später in den späteren Videos noch wichtig, dieser, äh, Spaß, in Anführungszeichen. Ja, mittlerweile will ich auch irgendwann damit Erfolg haben, aber das hat nichts damit zu tun. Ich mache meine Videos grundsätzlich, weil ich gerne die Videos mache und weil ich Spaß dran habe. Und? Wegen der Ökne. Wo ist denn dein dritter Punkt? Und ich mache, wenn ich mich selbst nicht ernst nehme, du hast doch keine Ahnung, wer ich bin. Nicht böse gemeint, ehrlich. Nee, wir wissen einfach zu wenig von dir. Das stimmt wohl, das stimmt. Weil du uns einfach zu wenig Videos präsentierst. Ja, das ist klar. Eigentlich, du bist für uns eine Blackbox. Ganz ehrlich. Also ich gucke dich an und denke, wer ist der Typ? Keine Ahnung. Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht von dir. Aber du hast doch keine Ahnung, wer vor dir steht, wenn ich vor dir stehe, weil du mich nicht kennst. Abgesehen davon stehe ich nicht vor dir. Natürlich nehme ich mich selbst ernst. Warum sollte ich das nicht machen? Habe ich irgendeinen Grund dafür? Weil ich Videos... Herr Professor Dr. Prückelpeitsch, übernehmen Sie. Ja, also Selbstverleugnung ist schon mal eine Möglichkeit der Ausdrucksweise. Man sich dann doch in die Ecke gedrängt fühlt, nicht mehr weiter weiß. Dankeschön. Wenn du es auf YouTube mache, das ist wieder so ein schöner Kommentar, aber er geht noch weiter. Oh, Kinder, ich trinke lieber noch was. Der geht noch weiter. Das ist für ihn schön. Du schreibst ständig die Videotitel und Beschreibungen falsch. Das ist mir auch schon mal aufgefallen. Grüße gehen raus an Herrn währenddessen. Widersprichst dir permanent in den eigenen Videos. Das ist... Ne, das ist... Ne, das stimmt. Also erster Punkt, ja. Der zweite, wann denn? Wann hätte er das je gemacht? Wiederholst dich am laufenden Band? Das ist auch nie passiert. Boah, ist das ein frecher Kommentar. Der Drach hat sich ja noch nie wiederholt. Ja gut, gerade beim Absurdthema, dass ich ein bisschen verhasselt will, aber ansonsten, wann hat der jemals zwei Mal das Gleiche gesagt? Nimm mir eine Stelle, eine Stelle. Echt, ey. Kackhater da, ey, der die Nachricht geschrieben hat, ey. Und das Schlimmste ist, dass du deinen Hatern eine Plattform gibst und damit ihre Selbstwirksamkeit förderst. Arbeite daran, arbeite dringend an dir. So kann es nicht mehr weitergehen. Das war, muss man mal jetzt sagen, ein sehr freundlicher Kommentar noch, ne? Der, jetzt mal ernsthaft, das alles sehr gut zusammengefasst hat. Also Drachi, die Person, die dir das geschrieben hat, die würde ich als Mod direkt mal bestätigen. Die könnte dir noch helfen auf deinem Weg. Aber jetzt kommt Drachi. Und Drachi sieht das anders. Freunde, Drachi sieht immer alles anders. Wenn ich sage, es ist schönes Wetter draußen, dann sagt Drachi, könnte aber gleich regnen. Und wenn ich sage, ich mag gerne leckeren schwarzen Haselnuss-Tee, dann sagt Drachi, ich mach mir einen Kaffee. So, erst einmal weitergehen, du willst immer noch so, wie ich das für richtig halte. Ja, alles klar, wir folgen dir. Alles gut, geh schon mal vor. Wenn es dir nicht passt, kannst du woanders hingehen. Auf der anderen Seite ist dieser Kommentar nicht unbedingt so böse gemeint, wie er geschrieben wird. Der ist nicht so böse gemeint, wie er geschrieben ist. Der war, der war eigentlich ziemlich sachlich, Drachi. Eigentlich war der ziemlich sachlich. Da hat dir, glaube ich, wirklich jemand helfen wollen. Wie er sich auf dem ersten Ding anhört. Wir haben das jetzt schon mal auseinander... Auf dem ersten Ding. Äh, wie hört er sich denn auf dem zweiten Ding an? Auseinandergenommen. Ob ich mich selbst noch... Wir haben ihn schon runtergenommen? Halt, zurückspulen. Was? Also wie er sich auf dem ersten Ding anhört. Wir haben das jetzt schon mal auseinandergenommen. Ob ich mich selbst noch... Okay, auseinandergenommen, danke. ...eins nehme, ja. Ständig beschwere ich mich über die Hater. Das ist Blödsinn. Ich mache lediglich sehr viele Vergleiche. Und wenn das sich manchmal wie eine Beschwerde anhört, dann tut mir das leid. Es ist nur ein Vergleich. Da muss ich daran arbeiten. Das verstehe ich auch. Und das werde ich auch in Zukunft versuchen zu machen. Gut. Und Schnitt im Video. Wären auch gut. Ja. Vergleiche. Ein Hater am Morgen ist wie ein verstopfter Duschabfluss. So ein Vergleich? Oder welche Vergleiche meinst du? Lieber drei Hater vorm Tor? Als ein auseinandergebauter V8-Motor. So. Du schreibst ständig deine Videotitel und Beschreibung falsch. Das ist richtig. Ich bin Legastheniker. Ich arbeite daran. Ich bin mit... Ich arbeite daran. Ja, Autodidakt durch und durch. Arbeite du mal an deiner Legasthenie. Ähm, möchtest du dir vielleicht nicht auch professionelle Hilfe holen? Ich frage nur für einen Freund. Mittlerweile auch wesentlich besser im Lesen und im Schreiben. Lesen hat man gerade mitgehört. Ich habe den ersten Teil schon mal gelesen, aber den Rest noch nicht. Ohne Mist, genau so hat er das gerade vorgelesen. Habe ich genau gedacht. Der erste Teil ist ja richtig flüssig. Also... Aber der zweite Teil, da war wieder dreimal irgendwie wie... Was steht da? Äh, ja. Krass. Sehr gut. Dari, ich habe in... Drache erkennen, ob er schon mal Texte gelesen hat, habe ich einen hohen IQ. Alles abdurchschlag. Plus fünf wären Mahlzahn. Plus sieben, komm, leg noch zwei oben drauf. Deine Titel und Beschreibungen falsch. Ja, ich habe in, glaube ich, so vielen Videos mittlerweile gesagt, dass ich Legastheniker bin. Ich weiß, es ist keine Ausrede und es soll auch keine verdammte Ausrede sein. Nicht fluchen jetzt, Drache. Kannst du das einmal belegen, bitte, mit der Legastheniker, damit ich das auch verstehen kann? Das würde ich einfach gerne nochmal schwarz auf weiß haben. Oder bist du damals beim Rechtschreibung im Deutschunterricht immer doch vielleicht mit dem Kopf kurz eingenickt, weil das DVD-Gucken in der großen Pause vorher so anstrengend war? Könnte sein. Ich stelle nur Fragen. Aber ich habe oft einmal nicht die Zeit, dass ich jedes einzelne Wort mache. Mache. Das ist ja auch schwierig. Jedes einzelne Wort, Freunde. Ich kann doch nicht jedes einzelne Wort nachgucken. Also wirklich. Ich meine, wir haben es 2014, ne? Hätte jetzt 1988 gesagt, ich sitze hier auf meiner Adlerschreibmaschine, an meiner Adlerschreibmaschine und haue das in die Tasten, hätte ich auch gesagt, ja, da müsstest du ja ständig deinen Lexus, Lexikon neben dir haben oder Duden, um nachzuschlagen, ob die Wörter richtig geschrieben sind. Aber 2014, Rari, also nur so, just saying, da könnte man andere Möglichkeiten finden. Und es geht nicht um alle Wörter, es geht ja nur um die, bei denen du dir unsicher bist. So, das Wort ich oder habe oder möchte, obwohl möchte, weiß ich schon nicht, aber einige Wörter kannst du doch so schreiben. Es geht doch nicht um alle Wörter. Mann, ein bisschen muss doch von dir kommen. Es muss ein Stück auch von dir kommen. Die anderen können immer nur mitschieben. Du musst auch selber gehen. MacGyver hat mal gesagt, das ist eines meiner Lieblingszitate von MacGyver, natürlich der alten Serie, ihr kennt mich. MacGyver hat gesagt, Achtung, ein Lieblingszitat, wenn man sich anstreckt und sich bemüht, wird sich die Situation auch bemühen. Großartig. Das sage ich mir mindestens einmal in der Woche. Das ist nachkontrollierte. Und es gibt oft einmal Sachen, wo richtig geschrieben sind und oft einmal Sachen, wo falsch geschrieben sind. Wo richtig geschrieben und andere wo falsch geschrieben. Ja. Genau so hätte ich es gesagt. Genau so. Ich finde, und das ist etwas, was ich jedem sage, man sollte auf Rechtschreibung achten. Kalenderspruch 17. Der Drache sagt, ich finde, man sollte auf Rechtschreibung achten. Zitat Ende. Dankeschön. Hängt ab jetzt in jeder Grundschule bei jedem Deutschunterricht oben direkt vor der Tafel. Definitiv. Aber wenn ich jetzt mal ein oder zwei Wörter falsch habe, oder ab und zu mal... Ein oder zwei Wörter, oder fünf oder zehn Wörter, so, ne? Ey, warum beschwert ihr euch da? Seid ihr doof oder was, ey? So, wenn ich vielleicht mal so alle Wörter falsch schreibe, so. Das kann doch mal passieren. Ich bin vielleicht mal auf der Tastatur eingeschlafen, so. Ey, immer meckern, immer so, ne? Ihr seid voll die... So, ne? Doof Männer. Seid doof, alle doof. Wenn ich einen Titel falsch habe, das ist meiner Meinung nach, solange man den Hintergrund, hinter dem... Solange man den Gedanken hinter dem Zeug lesen kann, ja? Solange man den Gedanken hinter dem Zeug lesen kann. Ja, Drachy. Boah. Gerade verlässt du aber die Diskussionsfläche mit Gedanken hinter dem Zeug lesen kann. Und dennoch. Also, ich würde dagegenhalten. Dann gib dir wenigstens beim Titel Mühe. Wenstens beim Titel. Dass da alles richtig geschrieben ist. Guckt doch danach, wie das geschrieben wird, ey. Oh, Mann. Äh, lenkt mich ab zum Beispiel. Lenkt könnte... Wird, glaube ich, mit K geschrieben, ja? Das habe ich jetzt auch gerade erst gesehen. Dass das mit K geschrieben wird? Lenkt. Wie hättest du es denn geschrieben? Mit G oder was? Lenkt. Womit soll man denn lenkt sonst schreiben? Lenkt. Sprich das doch mal aus, das Wort. Lenkt. Was soll ich da reinbasteln? Ein T? Ein L? Ein K? Ein K ist richtig. Obwohl, lenkt. Ja? Das gehört mit D, mit... Es wird mit G geschrieben, aber mit D, glaube ich. Das ist aber... Hä? Was? Das ist aber jetzt im Endeffekt egal. Lenkt. Wird mit G geschrieben, aber mit D, glaube ich? Äh, Planet Erde Andrari. Welches lenkt, meinst du denn? Wofür ist er denn wieder falsch abgebogen? Lenkt mit G? Aber wenn du lenkt mit G schreibst, dann Hauptsache mit D hinten noch dran. Ah ja, alles klar. Dann aber auch vorne mit Ä. Man weiß, was ich mit lenkt mich ab. Also Diablo 3 lenkt mich ab. Was ich damit gemeint habe, ist eigentlich offensichtlich. Und das sollte man eigentlich auch merken und wissen. Ja, echt. Strengt euch mal einfach ein bisschen an beim Titel lesen. Mann, ey. So hat er auch immer das Bad geputzt. Äh, hast du das Bad geputzt, Reini? Ja, klar. Du hast doch gar nichts gemacht. Ja, aber ich habe mir das... Ich habe das gemeint, dass es geputzt ist. Das solltest du langsam wissen. Ich war schließlich abgelenkt von Diablo 3. Ach so. Oh, alles klar. Ja, wie es gemeint ist. Drachy, es geht auch manchmal, wie es gesagt ist. Lenkt. So. Machen wir mal weiter. Widersprichst dir permanent in deinen eigenen Videos. Wiederholst dich am laufenden Band. Ja, das ist Quatsch. Können wir weglassen, ne? Beides Quatsch. Okay. Dass ich mich sehr oft wiederhole, weiß ich. Äh. Okay. Jetzt ein neues Kapitel im Drachenlord-Buch. Achtung. Die Chronik. Bitte mitschreiben. Direkt. Zitat. Wir können loslegen. Daran arbeite ich auch. Und ich mache jetzt mittlerweile auch das so, dass ich meine Videos schneide. Ah. Problem erkannt. Problem gemannt. Vorwärts immer. Rückwärts nimmer. Der Drache ist auf Überholspur. Haha. Ich bin gespannt. Worauf ich versuche zu achten, dass ich mich nicht immer wiederhole. Er versucht darauf zu achten, dass er sich nicht immer wiederholt. Versucht er darauf zu achten, dass er sich nicht immer wiederholt. Also er versucht, die Wiederholung zu vermeiden. Und darauf zu achten, dass er sich nicht immer wiederholt. Wird wiederholt eigentlich hinten mit D oder mit T geschrieben. Was aber oft in den Fällen hat passiert, weil ich oft, wie gesagt, Beispiele mache oder sage. Und dann komme ich auch oft nochmal wieder zurück aufs Thema. Aber das ist jetzt erst einmal nicht so weit erwichtig. Nee, das hat damit nichts zu tun. Du kannst ja sieben Beispiele nennen. Wenn die verschieden sind, hast du dich ja nicht wiederholt. Hm. I do not understand. What is he saying? I don't know. Rache. That nerf me. Denn das andere, was hier in dem Satz steht, ist ja, dass ich mir selber permanent widerspreche. So. Wer die Drachenchronik gerade noch aufgeschlagen hat, kann direkt weiterschreiben. In dem Punkt weiß ich jetzt nicht genau, worauf ich jetzt da achten soll. Denn meiner Meinung nach widerspreche ich mich nicht in meinen Videos. Ja. Eine Möglichkeit wäre, dass du, wenn du anfängst, uns was vorzuflunkern, von wegen, ich habe noch zwei selbstständige Schichtarbeiterberufe nebenbei an der Hand, solltest du zumindest merken, wie und wann du uns angeflunkert hast, damit das nicht später zu Fragen kommt. Es hört sich vielleicht manchmal ein bisschen verwirrend an. Das liegt daran, dass ich einen sehr verwirrten Geist habe, wenn ich spreche oder wenn ich rede. Du, keine Sorge. Selbst wenn du nicht sprichst und nicht redest, hast du einen verwirrten Geist. Das ändert sich nicht. Hier, ja, mein Geist hat verschiedene Aggregatzzustände. Immer wenn ich rede, ist er verwirrt. Achso. Achso, Herr Richter. Er hat gerade wieder geredet. Sie müssen da Verständnis für haben. Professor Lukas Prügelpatsch. Ja, also, ein verwirrter Geist hat verschiedene Aggregatzzustände. Da muss der Drache aufpassen, dass er nicht so viel redet. Ja, danke, das hatte ich gerade schon. Du hast es einfach wiederholt gerade. Du hast es einfach wiederholt. Und Wiederholung wollten wir nicht. Ich habe Drache gesagt. Und was Drache sagt, das zählt. Und generell, dass es sich manchmal sehr verworren bei mir anhört. Im Endeffekt, bei mir im Kopf hört es sich allerdings normal an. Ja, ja, das sagen die Leute im Heim auch immer zu mir. In meinem Kopf ergibt das alles Sinn. In meinem Kopf ergibt das alles Sinn. Ja, Drache. Ich verstehe auch nicht. Wenn ich mit jemandem manchmal diskutiere, denke ich auch, in meinem Kopf ergibt das Sinn. Achso. Andere Sichtweise. Anderer Standpunkt. Andere Lebenswirklichkeit. Andere Einflüsse. Achso. Achso. Es gibt noch was anderes außer den Horizont, den ich sehe. Okay. Boah, ey, voll anstrengend. Da muss ich ja wieder nachdenken. Das ist einfach meine verschlungene Denkweise. Ich weiß, dass... Meine verschlungen... Hat jemand die Denkweise gesehen? Hab ich verschlungen. Denken Sie jetzt die meisten... Und lachen Sie sich sonst was ab. Nein. Aber... Doch, doch, doch. Ein bisschen. Na, ein bisschen. Rari, ein bisschen. Meiner Meinung nach ist... Meine Denkweise... Für mich ist meine Denkweise normal und einfach. Hm. Weißt du, warum die Leute deine Videos gucken? Auch ein Stück weit aufgrund deiner Denkweise. Die für dich normal und einfach ist. Ja. So könnte man es sagen. Normal und einfach. Schlichtes Gemüt. Aber wie er im letzten Video gesagt hat, ein interessanter Charakter. Ein interessanter Charakter, der Bengel. Mh-Mh. Da... Lass ich nichts drauf kommen. Und ich komme damit super zurecht. Das ist schön. Gratuliere dir zu deinem Leben. Ich habe zum Beispiel die Angewohnheit entwickelt und es ist echt kein Scheiß. Oh nein. Was könnte jetzt kommen? Er hat eine Angewohnheit entwickelt. Morgens nach dem Aufstehen Zähneputzen. Zum Beispiel. Oder... In Tee drei Löffel zu viel Zucker reinzuschütten. Handelmöglichkeit. Oder... Wenn ein Kabel verlegt werden muss, direkt durch die Tür das Loch ballern. Warum nicht? Möglichkeit D. Vorm Stream nochmal acht katholischen Bier reinzaffern. Könnte ja auch als Angewohnheit gelten. Das habe ich seit ich einige Jahre Erzähler in der Schule war. Also später natürlich dann. Dann kommt das mit dem Bier wieder weg. Oder auch nicht. Das würde auch wieder einiges erklären. Vorher, früher natürlich. Als ich so fünf, sechs Jahre in der Schule war, habe ich irgendwann angefangen, um meinen Kopf, weil in meinem Kopf ständig irgendwas anderes am Denken ist. Mein Kopf radt hat... Irgendwas anderes am Denken. Der ist permanent am Radtieren. Ich kriege das nicht raus. Das sind immer die Gedanken. Ding, 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 ding. Mhm. Was hast du getan, um deinen Kopf in einen wohltemperierten Zustand des Stillstandes zu bringen, Drachi? Ich bin gespannt. Ständig, ja. Das müsst ihr euch vorstellen, wie eine Autobahn, in der ständig irgendwelcher Verkehr ist, Stau ist und was weiß ich. Mhm. Leider viel Stau, Drachi. Bei dir ist sehr, sehr viel Stau. Da ist mit einem Jahr ein Auffallunfall passiert und seitdem ist da Stau. Mhm. Weißt du noch, als du das für hohe Fieber hattest, seitdem staut sich das da. Mhm. Hätte man doch ins Krankenhaus gehen sollen. Weiß ich jetzt nicht. Ja, da ist ein sehr, sehr langer Stau, Drachi. Ein sehr, sehr langer Stau. Mhm. Wo andere so eine Autobahn haben, ohne Geschwindigkeitsbeschränkung im Kopf. Bei mir ist die auf 30 limitiert natürlich. Aber beim Drachi, Stau. Und so geht es in meinem Kopf zu. Und irgendwann habe ich angefangen, damit mein Kopf Ruhe gibt und damit ich mir meine Gedanken besser merken kann. Kopf, gib er Ruhe. Also im Langzeitgedächtnis mir einprägen kann, habe ich angefangen, Schäfchen zu zählen, meine Sachen zu kommentieren, was ich mache. Oh nein. Damit hat es angefangen. Und damit kriegt er Ruhe in den Kopf, indem er das sagt. Oh weia. Oh, ich sitze gerade auf einem Stuhl. Hier ist ein Mikrofon aufgebaut. Auf dem Schreibtisch steht eine Tastatur. Ich trinke einen Schluck. Die Tasse fühlt sich warm an. Es ist warmer Tee in meiner Tasse. Sie ist blau. Ich setze sie an. Hm. Ich schlucke und spüre. Moment. Ist das schwarzer? Hasel? Nuss? Hasel? Nuss? Tee? Ja, ist es. Hm. Sehr lecker. Äußerst köstlich. Ich schaue wieder nach vorne. Dort sehe ich ein Bild des Drachen. Er möchte mir etwas erklären. Ich verstehe es nicht. Ich habe ihn einfach nicht verstanden. Drache, du musst aufhören, immer alles zu kommentieren, was du machst. Du musst das Bild auch mal sprechen lassen. Ja? Du zerredest das Ganze. Ich sehe hier immer nur Talking Head bei dir. Das muss aufhören. Mach mal ein bisschen. Zeig uns mal ein bisschen was. Emotionen. Aber über Gestik, Mimiken, nicht alles zerreden. Ich weiß, du hast ein wunderschönes Stimmchen. Aber es muss auch mal... Weißt du, wir freuen uns noch mehr auf deine Stimme, wenn wir sie ein bisschen nicht gehört haben. Hm? Wenn die Sehnsucht zu groß wird auf deine Stimme, dann freuen wir uns am meisten. Ja, zum Beispiel, und das hört sich blöd an, aber das ist jetzt so die Sache, wenn ich zum Beispiel, Erzähler, auf der Arbeit bin, da hat sich mein... Hm. Diese Arbeitsgeschichte wollten wir doch nochmal durchsprechen, Rari. Ich bin schon drüber beschwert, wenn ich auf Arbeit bin, also einen meiner Jobs... Einen meiner Jobs? Einen meiner Jobs? Der mit Kundenkontakt oder der ohne Kundenkontakt? Kommt drauf an. Mit deiner komischen Masche könntest du anecken. Dann fange ich an, drüber zu sprechen. Aha, da ist das, da ist das. Wo muss denn jetzt das wieder hin? Und dann denke ich, wo durch das hin muss. Wo arbeitet er denn? Jetzt in der Pizzeria oder was? Da ist das, die Gurken, Tomeitchen, da ist die Pilze. Hm? Ja? Drachi? Hm? Kannst du bitte aufhören, dem Bestand nachzuschauen? Ja, ja, Entschuldigung. Ich muss nur kurz gucken, wo was ist. Und dadurch, dass ich das ausspreche, weiß ich das besser und kann mich da besser darauf konzentrieren. Ja, da musst du es aber benennen. Da kannst du nicht nur sagen, da ist das, da ist das, da ist das. Das hilft ja dann nicht. Das ist manchmal sehr problematisch. Speziell, wenn ich jetzt da mit Kunden... Also wenn ich jetzt... Ja, mit Kundenkontakt. Was hast du denn da gemacht? Mensch, warst du da an der Rezeption? Oh, wie schön, Drachi. Und dann komme ich in ein Hotel und du sitzt da. Entschuldigung, ähm, ich würde gerne ein Zimmer buchen. Ein Zimmer buchen? Da muss ich erst mal einen Schlüssel nehmen. Hm, Moment. Ich schaue mal in meinen Computer rein. Ähm, ja, da ist noch ein Zimmer frei. Es ist noch ein Zimmer frei. Äh. Entschuldigung, fühlst du da Selbstgespräche, Drachi, oder? Nein, nein. Jetzt nicht aufschauen. Ich darf ihn nicht direkt anschauen. Ich tue einfach so, als würde ich arbeiten. Hilfe, Hilfe. Wo ist der Panikknopf? Wo ist der Alarmknopf? Äh, du sagst das alles laut. Ist dir das klar? Ach so. Oh, Drachi. Da lach von auf Kundendienst bin oder sowas. Auf Kundendienst. Ding Dong. Hallo, hier ist euer freundlicher Drachi. Ihr habt ein Problem? Kein Problem. Ähm, nee, wir haben keinen Kundendienst gerufen. Aber ich bin jetzt hier. Jetzt bin ich einfach hier. Ich schaue mich um. Es ist ein schönes Haus. Äh, reden Sie da gerade laut, Herr Drachi? Und wieso heißen Sie überhaupt Drachi? Auf ihrem Laster steht ganz grot Schnuffeltüten. Tu es. Ja. Dann ist es auch sehr schwierig. Und eigentlich nicht angebracht. Aber für mich ist das Problem, dass es einfacher ist, weil ich dann leichter denken kann. Dann mach's. Komm, ist jetzt auch egal. Und dass ich mich deswegen oft wiederhole, hat auch oft den Grund, dass ich dann eben weiß, das habe ich ausgesprochen und oft einmal vergessen habe, dass ich es ausgesprochen habe und deswegen mich wieder wiederhole. Ich weiß, das ist jetzt blöd und doppelgemoppelt, aber das ist nun mal so bei mir. Ja, weißt du, Drachi, ganz ehrlich, das kann ja so sein. Das nehme ich dir jetzt auch mal ab. Warum nicht? Okay, dann ist das so. Dann mach das doch auch so. Ist doch alles okay. Aber du kannst das im Schnitt danach dann sagen, ah, jetzt habe ich ja dreimal das Gleiche gesagt, dann nehme ich zweimal raus. Oder zumindest erst mal einmal raus. Dann ist es nur noch zweimal im Video. Weißt du? Du hast ja immer die Chance, das im Nahen hinein noch zu korrigieren. Die große, große Chance, solange du nicht live irgendwas machst. Ich hoffe, der macht nie irgendwas live. Hoffe ich jetzt mal. Oh man, Drachi. Aber wie ich es schon gesagt habe, ich mache meine Videos für die Leute, die das sehen wollen. Wenn ihr das lustig findet, gerne, dann könnt ihr meine Videos gerne gucken. Das macht mir überhaupt nichts aus. Ich habe kein Problem damit, wenn man über mich lacht. Ich habe genug Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, dass man ruhig über mich lachen kann. Das betrifft zumindest jetzt oder so das Internet. Das betrifft zumindest das Internet. Keine Sorge, bleibt ihr im Internet, Drachi, alles gut. Also falls das irgendwann mal hochgeladen wird, man weiß es nicht. Dieses Phänomen, was Drachi, unser Lieblingsdrachi gerade beschreibt, kenne ich immer vom Friseurladen. Wenn ich mir die Haare schneiden lasse, dann habe ich das zum ersten Mal bewusst miterlebt, dass die Friseurin, die das gemacht hat, immer gesagt hat, was sie macht. Und ich fand das völlig irritierend, was weiß ich, als 14-, 15-, 16-Jähriger, als ich das das erste Mal in Blut bekommen habe, dass es solche Leute gibt. Die dann so, so, ich nehme dann mal hier die Haare weg, ich schneide hier mal was runter, ich hole jetzt mal eine andere Schere, muss mal hier was gucken, dann kann ich hier gleich was wegrasieren. So, und ich dachte immer, warum erzählt sie mir das denn jetzt alles? So, möchte sie ein Gespräch auf? Ich war völlig hilflos. Ich bin immer noch hilflos beim Friseur. Ich weiß immer nicht, was ich mit denen reden soll. So, und dann, das ist so für mich so eine Friseurattitüde, dass man einfach alles, wenn man nicht weiter weiß oder so, einfach immer alles beschreibt, was man macht. Ist witzig, aber Drache, wenn du das nicht abschalten kannst, ist es nicht mehr witzig. Hast du schon mal nachgedacht, als Friseur zu arbeiten? Nur so? Und, und, YouTube und so weiter. Im Privatleben bin ich dann ein bisschen anders. Ich labere sehr viel, auch im Privatleben. Nein, da bist du ein stiller Denker. Komm, gib's zu. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel unterwegs bin, dann kommt es durchaus oft vor, dass ich oft öfter mal schüchterner bin. Oh, schüchtern Geizlord. Drache, mach dir nichts draus. Ich bin auch manchmal schüchtern. Wir zwei, wir sind die schüchternen Drachis. Also du, du auf deiner Seite und ich auf meiner Seite. Immer mit Puffer dazwischen. Das heißt, ich bringe oft nochmal die Gorschen nicht auf, auch wenn man das mir nicht... Die Gorschen. It's with the Gorschen. Genau. Ich bin oft sehr schüchtern und auch wenn es speziell wenn es um Mädels geht, das ist dann schon... Unser Thema Drache. Okay. Ja. Oh, Mädels, ne. Oh, ich mach auch, ich hab einen Plan jetzt, ein Forum zu machen und wo man sich dann am Anfang anmelden muss mit weiblich und männlich und dann hab ich das so gemacht, wer auf männlich, der wird nicht freigeschaltet. Ja, voll klug. Weil dann ja nur die Frauen reinkommen so und dann, dann guck ich, was läuft. Dann guck ich einfach, was läuft. Mach so Forentreffen so, Forentreffen, Forentreffen so. Ja. Hm? Was war das Thema? Ach so, schüchternheit bei Frauen. Die eine Sache, aber generell bin ich auch ein sehr schüchterner Mensch, auch wenn man mir das nicht zutraut und... Doch, doch. Ich, ich glaub's dir. Peinlich, um das Ganze nochmal auf eine andere Ebene zu heben mit, ob ich mich selbst noch eins nimm. Ich werde auch oft gefragt von meinen Freunden und Bekannten, sag mal, ist dir das nicht peinlich, was da auf YouTube läuft? Drache, woran erkennt man einen wahren Freund? Dass er dich fragt, ob es nicht peinlich ist, was du da auf YouTube... Merk dir die Leute, die dir das gesagt haben. Das sind Freunde, Drache, merk dir das. Die anderen, die immer schreiben, sag doch mal was von dir selber, du bist so ein interessanter Charakter. Keine Freunde. Die sagen, ist dir das nicht unangenehm? Freunde. So ist ein... Das ist eine grobe, grobe Richtungsangabe für dich. So kannst du dir das ein bisschen merken. Und dann sag ich, nein, warum soll mir das peinlich sein? Blödsinn und Scheiße macht jeder in seinem Leben, ja? Ja, aber... Du kannst dir halt online stellen und nicht, Drache. Was ist denn das für ein Argument? Ja, und vielleicht... Entschuldigung, ja? Filmen sie sich gerade, wie sie auf die Toilette gehen? Ja. Ist ihnen das nicht unangenehm? Wieso? Macht doch jeder. Hö, Hö, Hö. Ja, aber auch wenn es jeder macht, es ist... Kann ihm das auch mal jemand erklären? Dr. Puh... Ah, der ist schon wieder weg. Werde ich mit YouTube irgendwann mal irgendwas erreichen können? Vielleicht werde ich mit YouTube irgendwann mal Leute erreichen können, die ich erreichen möchte? Bisher noch nicht, aber vielleicht in zehn Jahren. Ja, die mich sowohl lustig finden, als auch einmal sagen, okay, der hört sich interessant an. Bei interessant habe ich mich gemeldet. Interessanter Charakter, der Bengel. Lustig? Naja, auf den zweiten Blick, ne? Bisher habe ich in allen Drachenlord-Videos zweimal gelacht. Also, als Witz, den der Drache gemacht hat. Zweimal. Und das war beides bei vier Drachen und der Metal. Also, jedenfalls zweimal, an die ich mich erinnern kann. Denn seine Ansichten höre ich mir öfter an. Mhm. So. Das war jetzt der eine Kommentar von Saviour, äh, sie. Und, ähm, damit wir jetzt noch ein bisschen was schaffen in dem Part. Ich wollte gerade sagen, wir haben jetzt an einem Kommentar ganz schön lange rumgearbeitet, Drache. Man, 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 man. Die Stunde ist gleich vorbei. Und die Arbeit hat noch eine Rückseite. Da müssen wir uns jetzt ein bisschen, jetzt einen Zahn zulegen. Ähm, haben wir hier von Horst Fuchs einen Kommentar. Horst Fuchs. Der ist auf jeden Fall ein Schlau-Fuchs. Ja. Warum interessiert dich Politik nicht? Ja, wirklich mal. Da waren noch neulich Kommunalwahlen vor 14 Tagen bei dir. Was ist da los? Warum interessiert dich das? Das würde ich jetzt, das... Jetzt schlägt mein Politikerherz ein bisschen höher. Achtung. Sind deine Ansichten so konservativ, wenn du verstehst, was ich meine? Lieber nochmal, klären. Habe ich Politikerherz? Ich meine Politikerherz, nicht Politikerherz. Meine Ansichten sind nicht konservativ. Beispiele. Wir wollen Beispiele hören, wir wollen Beispiele hören. Ähm, Politik interessiert mich nicht, weil es mich nicht interessiert. Abgesehen davon interessiert es mich nicht. Er ist einfach immer so... Er hat die Weisheit wirklich. Drachy, weißt du, was ein Zirkelschluss ist? Nur gefragt. Politik interessiert mich nicht. Warum nicht? Weil es mich nicht interessiert. Und weil es mich nicht interessiert, interessiert mich Politik nicht. Das ist auch noch ein ziemlich dämlicher Zirkelschluss dabei. Ich bin ein Mensch, ich denke praktisch. Ja, das erklärt die Tür mit Loch und das Kabel da durch. Da muss ein Kabel durch. Hagen, da muss ein Kabel durch. Ja, bohr in die Tür ein Loch rein, dann mach das. Das passt schon. Aber in die Tür, denk mal praktisch. Achso, dann bohr. So ist es passiert. Auch viele andere Sachen im Haus werden einfach nur durch Praxis erklärt. Durch praktische Handarbeit. Ne? Auch, auch muss ich das, weil ich gesagt habe, mein Kopf rallert oft und ich muss oft praktisch denken. Weil mein Kopf so viele wirre Gedanken hat, muss ich einfach praktisch denken. Ja, genau. Da fangen die Gedanken alle ein. Zack. Und dann kanalisiere es in deinem Autoverkehrsstau im Kopf. Und wenn ich mich für was nicht interessiere, das liegt auch an meinem ADS und an meiner Aufmerksamkeits, also ADS, Aufmerksamkeitsdefizit-Syndrom und an meiner Legasthenie, dass ich mich einfach manchmal nur auf Sachen oder grundsätzlich nur auf Sachen konzentrieren kann, ja, die mich interessieren. Was hat denn Legasthenie damit zu tun? Gar nichts. Hallo? Wollen wir eine Runde Fußball spielen? Nein, danke. Ich bin Legastheniker. Ich kann mich da nicht konzentrieren. Warum? Bist du denn politisch interessiert? Nein, nein, ich bin Legastheniker, hat die Doktor gesagt. Ja, aber das hat damit nichts zu tun. Das heißt nur, dass du nicht gut lesen und schreiben kannst. Ja. Kann ich überhaupt mal den Beleg vom Arzt sehen? Hm? Wie bitte? Wenn ich mich auf Sachen konzentriere, die mich interessieren, dann komme ich damit auch vorwärts. Wenn ich mich aber auf Sachen konzentriere, wie Politik, was mich null interessiert, dann komme ich damit auch nicht vorwärts, ja? Ich kann immer ganz schwer mit Leuten umgehen, die sagen, Politik interessiert mich nicht. Das ist so eine Aussage, die für mich einfach null Wert hat. So, also, ich verstehe, glaube ich, was Menschen mir sagen wollen, wenn sie das sagen, aber geht's konkreter? Also, was in der Politik interessiert dich nicht? Denn Politik ist ja so ein riesen, riesen, riesengroßes Feld, ja? Was genau interessiert dich dabei nicht? Das würde ich jetzt beim Drachy gerne wissen. Aber Politik interessiert mich nicht. Und dann sagt er später, ja, aber die Polizei soll mal was machen. Ja, exakt das ist Politik, Drachy. Exakt das ist ja die Politik. Hä? Ne? Die Polizei sitzt ja nicht da rum und überlegt sich, was ich mal tun könnte und was nicht und heute so, morgen so. Das machen die ja nicht. Nicht mal der Herr Müller. Den habe ich genau im Auge gerade. Guter Mann hier. Herr Müller? Ich könnte mich, Beispiel, ich könnte mich in den Bundestag setzen, ja? Oh, jetzt wird aber hochgestapelt, Drachy. Wohin denn genau? Auf die Oppositionsbank oder direkt in die Regierung rein? Und wenn ja, müssten wir dann die Sitze nochmal irgendwie anders gruppieren? Drachy? Wir würden einen ganzen Tag lang oder mal eine ganze Woche lang den Bundestag geben. Ich würde danach rauskommen, dann würdet ihr mich fragen, was ist denn jetzt passiert? Und ich würde euch anschauen, ungefähr so. Keine Ahnung. Ja, du darfst halt nicht, wenn du im Bundestag eine Woche bist, dann darfst du halt nicht deinen tragbaren DVD-Player mitnehmen. Ja, wichtig ist, dass du dich dann auch ein bisschen konzentrierst drauf. Was ist da los? Roger Wildensinn war ein ganzes Jahr da und hat ein Buch drüber geschrieben. Da könntest du auch mal. 19 erotische Kurzgeschichten vom Bundestag. Das würde ich gerne lesen, Drachy. Da wäre doch wieder was dabei. Zack. Ja, und Politik interessiert mich nicht, weil es für mich nichts ist, was mich zu interessieren hat, weil ich damit nichts anfangen kann. Zack, Zitat, Kalenderspruch, direkt aufs T-Shirt. Zopp. Ähm, wir haben in Deutschland eine relativ gute Politik. Wir haben in Deutschland... Politik interessiert mich überhaupt nicht. Also in Deutschland haben wir eine relativ gute Politik? Hä? Habe ich wieder nicht verstanden. Ist dazwischen irgendwas passiert zwischen den zwei Aussagen oder Zeitverschiebung oder sowas? Fußball interessiert mich überhaupt nicht. Wir haben ja in Deutschland eine ziemlich gute Fußballnationalmannschaft. Wer, wer? Und aber auch eine relativ beschissene Politik. Und auch eine relativ bescheuerte B-Mannschaft. Es kommen Sachen zum Beispiel ans Tageslicht mit diesen ganzen... Maskenskandalen? Ach nee, es war vor deiner Zeit. 2014, was könnte er meinen? Uli Hoeneß? Steuerbetrügern. Oh, Drachiii! I like you. I like you. I like you very much. I like you. Wir zwei, Drachiii, wieder. Yes! Uli Hoeneß, nimm das, Uli Hoeneß. Das ist ja nicht nach drei Monaten wieder frei. Egal. Jetzt gerade... Jetzt gerade sind wir dabei. Der ist jetzt gerade im Knast. Jetzt. Da gab es ja erst diesen Kasper, der da irgendwie sich selbst gestellt hat. Ja, Drachii! Erzähl mir, erzähl mir! Oh, jetzt mir... Er ist gerade richtig on fire, Drachiii. Uli Hoeneß, was gibt es davon? Der Kasper! Mehrere 10, 15 Millionen oder Milliarden oder was das waren. Ja, 15 Milliarden. Komm, egal. Null hin, null weg. Ist egal. Null zählt nichts. Ähm, das habe ich durch Zufall mitgekriegt über Radio Gong. Über Radio Gong. Gong. Hier ist das erste deutsche Radio mit dem Gong. Gong. Äh, habe ich das mitbekommen, dass er halt das irgendwie Steuerhinterziehung und so weiter gemacht hat. Irgendwie. Irgendwie hat er irgendwas gemacht. Der wurde gemauschelt, dann so ein bisschen hickhack gemacht. Jaja, irgendwas. Jaja, sehr konkret. Vielen Dank, Herr Analyse-Reporter. Äh, viele haben gesagt, viele haben gesagt, ähm, dass er hat, dass, viele finden es gut, dass er sich jetzt selber gestellt hat. Äh, ist jetzt in den Knast gekommen. Viele heulen jetzt rum, weil er in den Knast kommt. Viele heulen nicht rum, weil er in den Knast kommt. Ich sage euch. Manche heulen auch nicht deswegen rum. Er selber hat auch rumgeheult deswegen. Er hat den Namen oder nicht? Er weiß, glaube ich, gar nicht, wer es ist jetzt. Kasper. Einfach auch Kasper ist, für Menschen ist Kasper das, was für Sachen Ding ist. Kasper und Ding. Und ganz schlimm ist, wenn der Kasper zwei Dinge in der Hand hat. Dann weiß man gar nichts mehr. Heult weder rum, dass er in den Knast kommt, noch heult rum, dass er nicht in den Knast kommt. Er hat Scheiße gebaut. Er hat sich dafür gestellt. Okay. Das ist eine Sache. Aber jetzt denkt er mal so. Okay. Jetzt denken wir mal ein bisschen anders, ne? Ein bisschen quer reingedacht ins Thema, ja? Ja. Beispiel. Er hat diese 10 Millionen Milliarden genommen, ja, die für Straßenbau gedacht sind. Also, ja, ich weiß ja, was er meint. Das ist einfach so, so absurd zusammengefasst. Ja, die 10 Millionen, die er hinterzogen hat, sind eigentlich für Straßenbau gedacht. Was? Ja, okay. Mhm. Wahrscheinlich vor der Straße vor deiner Schanzi. Schau doch mal unsere Straßen an. Ja? Wenn ich dann mit meinem Fahrrad unterwegs bin. Wenn ich dann mit meinem Fahrrad unterwegs bin. Da haben wir Schlaglöcher. Unterwiegen seien 10 Millionen. Mit meinem Fahrrad. Mit meinem Auto unterwegs bin. Fahrrad, ne? Ja. War von mir blöd gedacht. Fahrrad. Drache auf dem Fahrrad. Was hättest du noch gern für einen Wunsch? Leben auf dem Mars? Komm mal wieder her, ey. Dann tut mir mein Auto echt leid. Und ich fahre echt vorsichtig teilweise auf Straßen, weil die teilweise solche Löcher haben. Drache, da kann man jetzt 10 Sachen sagen. Schön erstmal, schön für deinen Beitrag. Vielen Dank, dass du dich dazu geäußert hast. Auch das ist übrigens Politik, ne? Also wofür werden Steuergelder verteilt? Zum Beispiel für den Erhalt der Straßen. Ach. Da hat aber Uli Hoeneß 10 Millionen hinter verschlossener Türe gehalten. Da hätten wir aber schön die Straßen in Emskirchen ausbauen können. Und 10 Millionen, dafür kann man fast die ganzen Straßen hier in der Umgebung machen, ja? Fast die ganzen Straßen hier in der Umgebung. Locker. Locker. Das war auch genau dafür eingebaut, das Geld. Genau. Und, na gut, ich kenne mich damit dann aus. Ich weiß nicht, was das alles kostet, aber... Doch, doch. Kannst Pi mal Daumen 10 Millionen für die Straßen in meiner näheren Umgebung. So sagt man. Im Endeffekt ist das so die Sache, ja? Das ist problematisch. Jetzt ist ihm schon wieder ausgegangen, was er uns nur noch mal sagen wollte. Im Endeffekt ist das die Sache, das ist halt problematisch. Mhm. Steuerhinterziehung, grundsätzlich problematisch. Ja. Ich mochte den Beitrag, wo Helge Schneider gefragt wurde, wie er Steuerhinterziehung vermeidet. Nee, wie vermeidest du Steuerhinter... Ende. Jedenfalls, Helge Schneider meinte darauf, ich vermeide das, indem ich meine Steuern bezahle. Fand ich sehr schön. Sehr schönen Beitrag dazu. Drachy, zum Thema Steuerzahlen, wie ist es denn bei dir? Zahlst du eigentlich Steuern? Nur gefragt. So. Ähm, um das Ganze noch mal auf den Punkt zu bringen, Politik interessiert mich nicht, weil ich damit nichts anfangen kann. Nicht, weil ich konservativ oder... eben hast du doch ein Problem geschildert. Die Qualität der Straßen bei dir in deiner Umgebung. Das ist doch ein konkretes Anliegen. So. Da hast du doch direkt was. Und jetzt sagst du, es interessiert dich wieder nicht. Ja. Das ist aber das gleiche, Drachy. Politik ist nicht nur Weltpolitik. Nicht nur, äh, Ukraine, Krise oder sonst was, sondern auch das Kleine. Das ist der Trick dahinter. Im Großen und im Kleinen. Äh. Jetzt hab ich dann einen anderen Ausdruck vergessen. Nicht, weil ich konservativ bin oder weil ich es eben nicht bin, sondern einfach grundsätzlich, weil ich damit nichts anfangen kann. Politik ist etwas, was mich nicht interessiert. Ich geh auch nicht wählen. Äh. Drachy. Jetzt hat er wieder, er hat am Anfang gesagt, interessiert mich nicht, weil ich sage, mich nicht anfangen kann oder weil es mich nicht interessiert. Dann kommt ein riesenlanges Beispiel, wo er ein Problem artikuliert, wo die Politik was machen könnte. Man hätte eigentlich selbst sehen müssen, okay, ja gut, hier an dieser Stelle vielleicht doch und Steuerbetriebung ist ja auch irgendwas Politisches. So, dann ist er fertig mit seinem Beispiel und ist wieder genau da, wo er gestartet ist mit, interessiert mich nicht, weil ich damit ja nichts zu tun habe. Hä? Du hast doch gerade ein Beispiel gesagt, was für dich gerade relevant ist, dass du extra vorsichtig fährst, weil du Sorge um dein Auto hast. Ja, ist doch, so verstehe ich dort, Drachy. Was ich aber nicht sage, dass ihr nicht wählen gehen solltet, ihr könnt ruhig wählen gehen. Ich beschäftige mich mit dem Thema nicht und deswegen wüsste ich nicht, wen ich wählen gehe, deswegen gehe ich gar nicht wählen. Ja, könntest du dich ja mal beschäftigen. Kommunalwahl? Fragst du die Leute, was wollt ihr mit den Straßen machen? Wer möchte die verbessern? Für wen ist das ein Punkt, für wen nicht? Und dann guckst du und dann gibt es Leute, die haben sich das auf die Fahnen geschrieben, andere nicht. Danach kannst du ja wählen, wenn das dein favorisiertes Ziel ist. Also, das wäre dann wieder Politik. Das ist der Grund. So. Ist ja egal, Drachy. Ich bin auch, ich bin auch so ein bisschen verwirrt gerade. Du bist verwirrt, wir sind verwirrt. Einen kurzen anderen Kommentar haben wir hier jetzt. Was ist deine Lieblingsklasse in D3? Also in Diablo 3. Kurz mal über was Relevantes geredet und jetzt, so, ganz kurz mal eben wieder, jetzt geht's los. Also, was ist meine Lieblingsklasse zu Diablo 3? Jetzt kommt's, jetzt kommt bestimmt ein Redeschwall. Gerade eben, als es so wirklich relevante Sachen gibt. Ja, Zeug, Ding, Kasper, äh, pff, äh, pff, weiß ich auch nicht. Diablo 3, die Klassen? Ja klar, überhaupt kein Problem, mein Thema. Also, ich nehme am liebsten den Typenbespieler oder andere nehmen den Droiden. Ich weiß aber nicht, der kann im Metagame, im Lategame, ist der vielleicht nicht ganz so gut, wegen seiner, ja, habe ich verstanden, ja. Aber erzähl uns, Diablo 3, ich möchte's auch wissen jetzt. Ähm, Barb, also die Frage. Barb? Achso, Barb hat die Frage? Barb, Barb Seven oder wer? Nein, äh, ich spiel an Monk, auf Level, achso, Barb für Barbar wahrscheinlich. Monk spielt der, Monk. Hm, das ist ein Mönch, ne? Naja, mittlerweile ist er nicht mehr Max Level, mittlerweile ist er Level 62, glaube ich, also, so, äh, äh, es geht höher als Level 60? Hast du etwa Reaper of Souls noch? Ähm, weil jetzt, die Levelerhöhung ist ja hochgegangen, ist auf 70er Zeller. Guter Mann hier, Drachy. Und, äh, ich spiel an Monk, auf Level 73, den hab ich jetzt. 73, rechts, rechts, hm, wie bitte? Nichts, nein, nein. Ich hab aber lange nicht mehr gespielt, das ist aber meine Lieblingsklasse und jetzt mittlerweile ist der Paladin, das ist die neue Klasse, ist meine Lieblingsklasse, den hab ich jetzt. Der Monk ist meine Lieblingsklasse, aber jetzt ist der Paladin meine Lieblingsklasse. Abgesehen davon hab ich keine Lieblingsklassen. Nicht mal die siebte damals mit Hesse, nur im Sportunterricht, bei dem Herrn Hühne. Mittlerweile auch auf 70 hochgezogen, bis Level 40 oder 45 hab ich ihn selbst gezogen, also komplett selbst hochgespielt und alles andere hat mir dann einer Kumpel geholfen. Was? Dir hat ein Kumpel beim Hochleveln geholfen? Was? Was? Was habt ihr... Nein, drei, komm. Komm. Okay, Okay, das ist Songtitel Material hochleveln geholfen. Geholfen. Ein Kumpel hat dir geholfen, bei einem Computerspiel, was Spaß machen soll, beim Hochleveln. Und wie soll ich mir das vorstellen? Moin, Silent Bob. Äh, Ich bin gerade auf Level 42... Äh, ich schreibe mir hier. Moin, Silent Bob. Bin gerade mit dem Paladin auf Level 42. 42, ist da die 4 zuerst oder die 2? Egal. Kannst du mir helfen beim Hochleveln? Meine Account-Daten. Name, Drachenlord, Passwort, Flirterei, Frauen, Hex, Hex. Antwort von Silent Bob. Aber gerne. Ich habe ja nichts anderes zu tun. Ich level gerne deine Charaktere hoch. Warum nicht? Gar kein Problem für mich. Welchen soll ich noch hochleveln? Was? Das macht man doch, weil er Spaß macht, Drachie. Das ist, als ob ich mir jetzt Secret of Monkey Island kaufe und dann jemand ansagt, kannst du mal durchspielen für mich? Und dann kannst du mir nachher die Story erzählen, wie es so war. Was macht er denn da? Was macht er da? Das ist die größte Enttäuschung bisher. Gerade mit der Politik dachte ich schon, haben wir wieder den Tiefpunkt erreicht? Nein, jetzt spielt wer anders seine Computerspiele. Hat er das auch aufgenommen und du synchronisierst drüber und sendest das als dein Let's Play? Fragezeichen? Ich mache jetzt mittlerweile, für die Leute, die es interessiert, sage ich jetzt mal kurz dazu. Ja, ihr, mich, hallo, ich, sofort im Thema, hallo, hallo, hallo. Ich mache mittlerweile 312.000, also Schaden. Ach so, 312.000. Das könnte noch im Songtitel relevant werden. 312.000 Schaden. Oder 312 Millionen, ist egal, ne? Was bist denn du für ein Paragon-Level? Und ich habe momentan eine Zähigkeit von 8,6 Mille. Zähigkeit? Was ist das alles? 8,6 Mille. Der Reim ist, ich laufe nur rum, bin nackt und habe eine Zwille. Du hast Zähigkeit, 8,6 Mille. Ja, also 8.600.000. Ach so, 8.600.000. So was in dem Dreh. Ungefähr, roundabout. Habe ich momentan Zähigkeit. Meine Heilung weiß ich nicht, da schaue ich nicht drauf, weil ich, oder meine, ja, meine Heilung, weil ich halt sehr viel über Lebensregeneration, beziehungsweise Tod des Gegners Leben zurückbekomme. Kein Damage-Dealer an der Stelle. So, äh, dann, ja. Heilung weiß ich nicht. Schreibe ich auf, auf Heilung. Weiß ich gerade nicht. Er präsentiert hier einfach die Liedzeilen, ne? Und es kamen so viele Sachen jetzt in der letzten Zeit. Also, Diablo 3 habe ich in meinem Leben wie lange gespielt? Keine Ahnung. Nicht viel, aber ein paar Leute von mir haben das gespielt, die haben mich damit immer zugequatscht mit Diablo 3. Paragon Level, bin ich schon Paragon Level? Ja, ist ja gut, ist ja gut. Spiel doch deinen Diablo 3. Mama, 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 Mann. Ja. Ah, so ein Hackenslay ist nichts für mich. Also, nein, nein, leider nein. Ah, mir tun irgendwann die Finger auch weh vom vielen Klicken. Klick, 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 klick. Der Lord kommt schon beim, was, Betätigen der linken Maustaste ins Schwitzen. Nee, nicht, wenn er Diablo 3 spielt. Obwohl, das würde erklären, warum Silent Bob das weitergespielt hat. Mir tut mein Finger so weh. Oh, witzig, äh, äh, Geschichte fällt mir gerade ein. Als wir das, ähm, auf einer Lahn mal gespielt hatten, als es frisch rauskam, Diablo 3, ich glaube, 2012, mit der Wii U offensichtlich, haben wir so eine Lahn gemacht. Und ich hing so dazwischen, zwischen diesen Pro-Gamern und dachte, ich laufe mal einfach mit und die sagen mir, was ich mit meinem Charakter machen soll. Ich nehme mal, äh, irgendeinen, der halt irgendwelche Zauber machen kann und so, einfach hinten steht. Wichtig ist, hinten steht. Und dann haben wir das gespielt und irgendwann, du musst ja immer, wenn du irgendeine Attacke machst, musst du mit dem Zeigefinger klicken. Und irgendwann tat mir halt mein Zeigefinger richtig weh. Und dann habe ich einfach meine Hand so ein bisschen gedreht und habe, was war denn das? Der Rauchmelder. Ihr brennt schon mal. Farah, du bist auf Feier, bist du. Äh, das habe ich so lange gemacht, bis mir der Mittelfinger auch weh getan hat. Dann habe ich die Maus noch weiter gedreht bei meiner Hand und habe angefangen, die Aktionstaste mit dem Ringfinger zu machen und hing dann da wie so ein Vollidiot, der die ganze Zeit mit dem Ringfinger auf der linken Maustaste rumklöppelt und habe mich immer umgedreht und gedacht, haben die anderen nicht so ein Problem? Was ist denn hier los? Ja. Ah, also, Diablo 3, ne? Daumen nach oben für Diablo 3. Ah, kommt jetzt Diablo 4 raus. Es gibt Leute, die freuen sich richtig drauf. Also macht das, wenn ihr daran Spaß habt. Für mich ist ein Hack and Slay nichts. Ich bin eher der Siedler-Typ. Siedler, was eigentlich mit dem neuen Siedler? Dünnes Eis. Ähm, ich habe da aufgrund der Tatsache, dass ich jetzt die linke Maustaste jetzt 20 Mal betätigt habe, nein, ich würde sagen, ich komme nicht ins Schwitzen, denn ich bin meiner Meinung nach trocken. Du, Wilma, ist der Drachi schon trocken? Jo, der ist schon trocken, ne? Ja, gut, das ist ja gut, das ist schön, dann kannst du die Windel ja direkt abschneiden, mein Freund. Ich habe 20 Mal die Maustaste gedrückt, kommst du ins Schwitzen? Nein, hier, ich habe Beweis, ich habe Beweisfurte, dass ich nicht, ich habe noch Fingerabdruckpulver aus dem Yps-Heft. Ich bin überhaupt nicht, hier schwitze gar nicht, 0, 0,0, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja, es ist ja auch wieder gut, Drachi, das war ein Troll-Kommentar. Danke fürs Beantworten. Ich schwitze nicht mal in deinen Ohren. Kommt alles in den Song rein, Drachi. Ich bin kein Kleinkind, das ich gleich über jeden Quatsch lustig machen muss und wenn du denkst, dass ich fett bin, warum sagst du es nicht einfach? Lass doch einfach so blöde Anspielungen, sondern mach es einfach, wie es ist. Sag mal, schwitzt du? Wieso? Willst du sagen, dass ich fett bin? Nein, ich habe doch nur gefragt, ist okay. Drachi, lass dich nicht ärgern, komm. Abgesehen davon, abgesehen davon schwitze ich nicht. Ich bin gerade beim Silber und Diablo 3 zocken, LOS beschäftigt, gutes Game. LOS. LOS beschäftigt. Lord of Snakes. Gönn dir nur die Zeit, das Spiel macht viel Spaß, ist aber schwer. Ich finde es eigentlich nicht schwer, allerdings liegt es daran, dass ich, wie gesagt, relativ gut mit dem Gear mittlerweile zurechtkomme. Und dass jemand anders seinen Charakter hochlevelt, du faules Schwein. Ganz ehrlich. Meine Herren, das hätte ich mal jemanden, wenn ich jemanden gefragt hätte, kannst du meinen Charakter hochleveln? Der hätte mir den Charakter links und rechts um die Ohren geschlagen. Level den selber hoch. Ich spiele auf Profi und komme schon manchmal ins Schwitzen. Ich spiele auf Albtraum. Also vorhin habe ich gespielt auf Albtraum, Chaos Black Albtraum. Ja, also wie gesagt, mit 312K und mit, ich habe es aufgeschrieben, 8,6 Mille in der Zähigkeit. Zähigkeit von mehr als 8,6 Millionen. Wieso mehr als? Das ist egal. Also 8,606 glaube ich sind es. 806,6 Eben als Mille. 606, ja so in dem Dreh. Ich weiß, es fehlt noch eine 6, 666. Wie auch. 6, 6, 6, 6, 6. Hm, ja. Drachen und Zahlen. Danke. Auf jeden Fall, lange rede kurzer Sinn. Ich spiele auf Qual 1, müsste aber eigentlich auf Qual 2 auch, weil meiner Meinung nach zurecht kommen, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Ja, dann probier es doch erst mal aus. Nur ein Tipp. Ich spiele auf Qual 1. Könnte aber auch auf Qual 7 spielen, habe ich aber noch nicht ausprobiert. Aber könnte wohl. Da ich momentan fast nur mit Legendary Sachen rumrenne, ziemlich geile Stiefel habe. Also ich habe jetzt heute die Ice Climbers gefunden, falls das jemandem was sagt. Nein, da bin ich jetzt raus. Du hast ja auch bei WoW ziemlich gute Mounds, ne? Hm. Darin, nochmal anders gefragt. Du hast dich ja neulich über die Straßenbelege und die Qualität der Straßen im besonderen Allgemeinen beschwert. Es gibt ja neben der virtuellen Welt, wissen ja manche gar nicht, noch eine andere. Ne? Aber was hast du nochmal für Stiefel jetzt? Wo hast du die jetzt gekauft? Im Schuhgeschäft? Ach ne, ein Legendary. Okay. Ja, ich spiele momentan sehr viel D3. Hm. Ich habe mir auch überlegt, ob ich euch mal so kurz meinen Charakter vorstelle und ob ich da mal kurz ein bisschen auf das Spiel eingehe. Das kann ich auch mal machen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich das machen soll. Drache, ganz ehrlich, bloß nicht. So, da bin ich der Drache schon ein bisschen Feuerwasser verköstigt. Was? Was? Achso, da hat der Drache schon ein bisschen Feuerwasser verköstigt. Erst einmal, nein, ich trinke keinen Whisky, ich mag keinen Whisky, noch nie gemocht. Feuerwasser ist Whisky? Habe ich wieder was gelernt? Obwohl, was heißt, ich trinke keinen und ich mag keinen, das ist eigentlich Blödsinn. Ich trinke schon Whisky, ich mag ihn auch, aber es ist nichts, was ich jetzt aktiv trinken würde, speziell nicht früh um 5, wenn ich das Video aufgenommen habe. Warum nicht? Gerade um 5 knallt der doch am besten. Nein. Das, was ich gemacht habe, ich habe nichts getrunken, ich bin aber erst 5 Minuten oder 10 Minuten, bevor ich das Video aufgenommen habe, aufgestanden und habe da die ganze Nacht durchgezockt. Ja, da haben wir bis früh um 8 Uhr oder was gespielt. Wer ist wir? Dann habe ich mich hingelegt für 2, 3 Stunden, dann bin ich wieder aufgestanden, weil ich da dann noch ein bisschen was privat zu Hause machen wollte. Kabel verlegen? Und als ich das dann gemacht gehabt habe, da war ich dann eben gemacht, kappt habe, als ich das dann gemacht, kappt habe, eben in der Früh, ja, total verarscht, total, ich war morgens total verarscht. Hm? Wie, wie, wie bitte? Und deswegen, nein, ich habe nichts getrunken, es sah nur so aus. Drarri, ist egal. Machst du auch Sport? Oh, Haltung, wieder gerade hinsetzen, Haltung, wir brauchen wieder Konzentration. So, Feuerwasser hat nämlich ein bisschen rausgekickt, mit Alkohol kenne ich mich in etwa so gut aus wie mit Autos. Aber ich weiß jetzt, was Feuerwasser whisky ist. Kurze Geschichte kann ich noch erzählen. habe einen Freund, der arbeitet bei Jax. Jax ist so ein Weindepot. Und der hat mir immer von so Weinen vorgeschwärmt. Ja, den hier noch und den und den und das ist ein Syrer und das ist ein Müller-Thurgau und das ist ein Riesling oder also keine Ahnung. So, und dann meinte ich so, ja, das ist ja alles ganz schön, dass du da so toll drin bist und dass du das alles weißt, aber es ist halt nicht mein Thema. Ja, das muss man nicht. Ja, guck mal, ich werde vielleicht bald zumalier, da muss man so ein Zehn-Stufen-Programm machen und verköstigen und so. Ja, das ist spannend. Und dann bin ich mal mitgekommen in das Weindepot, weil ich das dann auch mal sehen wollte und dann meinte er zu mir, so, Herr Malzahn, wir finden jetzt einen Wein für dich, der dir schmeckt. Und da habe ich gedacht, das kann nicht funktionieren, weil mir Wein nicht schmeckt. Doch, doch, wir finden einen. Und dann haben die ja so einen offenen Kühlschrank, wo eben die ganzen Weine drin stehen, die man zum Probieren anbieten kann. Das heißt, er musste da nicht irgendwie die ganzen Weine öffnen. und dann fängt er an mit dem ersten hier von 1900, was weiß ich, aus dem und dem Anbaugebiet und hier, da aus der, nicht so, ist das ein original Schweizer Wein? Schweizer. Entschuldigung, dass ich wieder gefragt habe. Ja, und ich dachte, ich wollte immer fragen, habt ihr auch Met? Ich glaube, damit könnte ich vielleicht, vielleicht, aber natürlich nicht. Der Gourmet trinkt das nicht. Und dann hat er mir so vier, fünf Weine angedreht und ich habe die alle getrunken und dachte immer so, ja, das war nicht meins, wirklich nicht. Und ich sah, wie er so verzweifelte, wie er das nicht glauben konnte, dass das mir nicht schmeckt. Und dann guckte er, machte er den Kühlschrank nochmal auf und guckte da rein und sah so eine kleine Flasche, bei der er sagte, also wir können noch das hier ausprobieren. Das ist so ein süßer Likörwein. Der steht hier aber schon seit vier Jahren im Kühlschrank, wahrscheinlich nur zwei, und den trinkt eigentlich keiner, weil den niemand trinkt. Sowas trinkt niemand. Und ich so, süßer Likörwein? Probier ich. Probier mal. Und dann macht er das auf und der Deckel war schon so, wahrscheinlich auch mit so einem Schraubverschluss, weiß ich gar nicht mehr, in meiner Erinnerung. Klingt schöner mit Schraubverschluss, so. Und schenkte mir ein und roch dran und rümpfte die Nase und es war alles irgendwie Abscheu, was er mir zeigte. Und ich trank davon was und das war halt einfach so eine unfassbar süße Ploche. Und ich so, mh, der ist gut. Davon kannst du mir noch einen geben. Und dann hat er mich relativ schnell aus dem Weinladen rausgeworfen und seitdem war ich nie wieder drin. Ja. Ah, Drari. Das ist meine Geschichte. Jetzt habe ich auch mal was Privates erzählt. Von früher. Ja, ja. Mein Ausflug in Jaxx Weindepot. Es war schön. Blödsinn. Ja, natürlich mache ich Sport. Allerdings glaubt mir das sowieso niemand und lacht sich sowieso jetzt jeder schlapp. Nein, wir lachen nicht, Drari. Sport ist was Schönes. Schön, dass wir drüber reden. Thema Sport. Drari, machst du eigentlich Sport? Was denn für Sport? Mal so gefragt. Sitzen ist kein Sport. Liegen ist auch kein Sport. Etwas essen und trinken ist kein Sport. Machst du Sport, Drari? Außerhalb von diesen vier genannten olympischen Disziplinen. Ja, ich mache Sport. Speziell, wenn ich vom Sofa aufstehe und zum Kühlschrank gehe, um mir ein Bier zu holen. Ja, wie gesagt, liegen, schlafen und essen ist kein Sport. Auch nicht der Gang dazwischen. Witzig. So, mehr bitte. Das ist die Beantwortung der Frage. Und ich glaube, das ist das Drachenproblem. Ich übernehme jetzt mal die Rolle des Psychologen. Frage 1. Was kannst du uns zu Diablo 3 sagen? Und der Drache erzählt zehn Minuten. Frage 2. Was kannst du uns zu Sport sagen? Drei Sätze. Sport, ja, Klammer, Sport. Klammer, Sport. Und bei Diablo 3? Oh, ja, da. Akt 4, ne? Da in der einen Höhle eine Truhe versteckt. Ja, ja, genau. Das ist eins der Probleme, auf die ich hier mal aufmerksam machen möchte, Drei. Hammervideos. Vielen Dank, die Dame. Was? Nochmal zurückspulen. Was mit Hammervideos? Sorry, zerredet. So, mehr bitte, Hammervideos. Vielen Dank, die Dame. Ach so, mehr bitte, Hammervideos. Okay, und das hat auf sich eine Frau geschrieben. Woran machst du das fest? Ich glaube zumindest, das ist zumindest vom Bild her eine Dame. Er hat ja einen sehr hohen IQ. Er kann das ja, hat er uns ja gesagt, als er im Forum die Hilfe gesucht hat. Er kann ja das direkt entscheiden, wenn jemand was schreibt. Ist das männlich oder weiblich? Er erkennt das am Sprachstil. Hat er uns ja alles gesagt. Jetzt hat er sogar noch das Bild zur Hilfe genommen. Respektrache. Du bist wirklich ein Detektiv. Sehr gut. Wahrscheinlich hat es eine Frau geschrieben, ja. Hammervideos ist auch das Sagenmänner kaum. Ich habe in meinem Bekanntenkreis wirklich niemanden, der sagt Hammervideos. Also sagen, ist so ein Frauending. Ja. Hammervideos, Herr Malzahn. Die Männer sagen immer nur so, äh, Level Nuller, Hader, geh weg. Hat jemand neulich gesagt. Ich musste sehr lachen und dachte so, nee, ich bin eher ein Level Minus Eins Hater. Gibt's das? Gibt's im Drachen Game auch negative Zahlen? Dann bitte hier für mich. Aber ich fuchse mich ja rein, Leute. Ich bin doch hier, ich bin doch schon dabei. Mach doch schon. Mach doch schon. Ich komme nicht vorwärts, weil er gerade erzählen möchte, was mit Sport so. Und Hammervideos. Drache, du solltest mal ein Fitnessprogramm starten. So. Ich habe Videos gesehen, wo du auf dem Fahrrad sitzt. Das fand ich schön. Und vor allem vom Namen her. Wie heißt sie denn, die angebetete Inspe? Und, äh, ja, ich arbeite dran. Wie gesagt, momentan ist es ein bisschen problematisch. Momentan sind die Videos bei mir ein bisschen problematisch. Mhm. Ich streiche mal kurz das Momentan raus. So, jetzt stimmt's wieder. Schnipps. Bitte postet doch noch die anderen Bilder, Drachenlord. Manche haben sich echt Mühe gegeben. Ja, postet doch noch die anderen Bilder. Das mit den SS-Runen. Ja, bitte die alle noch posten. Drache, du musst vorher jemand drüber gucken. Auch das Bild, wo oben eine 88 eingeblendet ist. M-m-m-m-m-m-m. Drache, wo ist der Typ, der, der Typ, Silent Bob, der hier deinen Charakter hochgelevelt hat. Dem schickst du die Bilder. Der soll doch noch mal drüber gucken. So. Ich werde die anderen Bilder nicht posten. Und zwar, und das habe ich auch im Video gesagt, und daraufhin eine ziemlich, ziemlich unverschämte Nachricht bekommen, wie ich sein letztes Arschloch und, äh, ähm, ganz einfach, Leute. Passt auf, wenn ich ein Bild habe, ja, das ungefähr so aussieht, ja, da so ein bisschen so Augen dran und dann noch mal mit der Sprühdose ein bisschen drüber. Das ist für mich kein Bild. Sagt er. Das ist, ich habe ja sein Intro neulich gesehen mit dem Drachen. Das ist, das ist, wenn das ein Bild ist, Drachi, du musst da ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Das sind ja beides Bilder. Aber einer hatte halt eine Idee und ein Konzept und du hast und du hast auch versucht. Ja, ich bin mal zeichentechnisch wirklich unterstes Niveau und auf meinem Niveau, Drachi und das ist nicht das unterste. Das ist minus eins. Und bin sogar und kann selbst, wenn ich mich anstrengend, sowas besser machen. Natürlich bin ich kein Grafiker, natürlich erwarte ich von niemandem von euch, dass ihr ein Grafiker seid, aber Was hat denn das jetzt mit Grafiker zu tun? Maler ist ja nicht ein Grafiker. Okay, Details, Details. Wenn ich mich mit sowas nicht so gut beschäftige, das ist natürlich dann blöd, wenn ich irgendwas verlose, was euch gefällt, aber ich werde auch mal andere Gewinnspiele machen, wo man dann andere Sachen machen muss und da könnt ihr dann vielleicht besser punkten als jetzt jemand anderes. Wer schafft mehr Liegestütze? Herr Malzahn oder der Lord? Hm, hm, Dari, hm, ich fordere dich hinaus auf ein Liegestützeduell. Lange, nicht kurzer Sinn. Wenn ein Bild kommt, das aussieht, als hätte das von meinem Kumpel der Sohn gezeichnet und der ist jetzt gerade mal zwei, der wird jetzt drei. Wenn das Bild so aussieht, als wäre das vom Sohn meines Kumpels, der gerade drei geworden ist, gemalt, dann kommt das bei mir höchstens in das Intro für meine Videos, höchstens. Okay. Kann der dann Feuer spucken? Das animiere ich noch. Okay. Ähm, dann kann ich das nicht in die Wertung mit aufnehmen. Zum einen, weil ich niemanden bloßstellen möchte. Oh, wenn sich da ein Dreijähriger richtig Mühe gibt, warum nicht? Ich befürchte halt, es hat ein 30-Jähriger gemalt und dann die Null weggelassen, weil er gedacht hätte, ich rechne wie der Drache. Null ist ja nix. Ja, weil YouTube kann bösartig sein und das weiß ich auf eigener Erfahrung. Tari, keine Sorge, ich bin das Bollwerk für dich. Lass mich dein Bollwerk sein, lass mich in die Schanze rein. Ich sollte langsam anfangen, mit Filter zu arbeiten. Wenn ich da ein Bild reinposte, das euch gehört hat und ihr habt euch da vielleicht Mühe gegeben, aber man sieht das an sich nicht von der Mühe her und dann kommen mit solchen Sachen wie, was ist das für ein hässliches Bild oder sowas, sowas werde ich euch ersparen. Dari, da kommen deine weiten Arme wie Schwingen, die sich auf uns legen, um uns zu beschützen. Dari, weißt du, wenn du mein Fels bist, dann kann die Brandung uns nichts tun, oder Dari? Deswegen mache ich sowas nicht. Außerdem sehe ich da keine Mühe, wenn jemand zwei, drei Stille... Dann sehe man sich Mühe gibt. Abgesehen davon sehe ich keine Mühe. Ja, okay. So hat es nämlich ausgesehen teilweise. Wie findest du meinen Drachen, Dari? Also, meinen Herr Malzahn. Den habe ich auch gemalt. Den habe ich höchst selbst gemalt. Hm. Ja, 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 ja. Ich mit Paint. Das ist so ein Grafikprogramm, ne? Das verfolgt mich schon seit Windows 3.1. Deswegen habe ich den nicht hochgeladen. Das hat aber nichts mit euch zu tun. Wie gesagt, wenn ihr nicht gut zeichnen könnt, dann ist das, äh, traurig, aber dann ist das halt leider so eine Sache. Wenn ihr nicht zeichnen könnt, dann ist das traurig, aber dann ist das leider halt so eine Sache. Hm. Okay. Äh, dann, äh, ja. Herr Malzahn zieht seinen Beitrag zurück. Ja, ich mache zum Beispiel bei solchen Zeichen mitbewerben grundsätzlich nicht mit, weil ich nicht gut im Zeichnen bin. Wo drin bist du denn sonst gut? Diablo 3 andere Leute den Charakter hochleveln lassen? Hm. Wenn es jetzt um eine kleine Grafik oder sowas erstellen geht, das kann ich schon mal ein bisschen besser. Das ist aber auch kein Bild, sondern eine Grafik, ja. Das ist, äh, ein paar Sachen umändern oder sowas zum Beispiel. Sowas kriege ich eigentlichermaßen hin mittlerweile. Da kann ich mich mal beschäftigen mit. Zum Beispiel, wenn ich die Augen jetzt, wenn ich jetzt andere Augen reinmachen will oder sowas. andere Augen. Hm. So, wenn ich zum Beispiel blaue Augen habe, aber ich möchte dann, dass die später grün wirken, damit ich meine Geschichte der tricky Augen besser aufrechterhalten kann. Versteht ihr? Das kann ich mittlerweile. Lange, relativ kurzer Sinn. Im Endeffekt ist es einfach eigentlich. Ich möchte in Zukunft versuchen, meine Videos besser zu machen. Ich möchte für euch produktiver sein. Mach einfach vier Drachen und der Metal und dann sind wir alle zufrieden. Wenn allerdings solche Sachen kommen, wie ob ich mich selbst noch ernst nehme, dann ist die Antwort ganz einfach und klar. Ja, tue ich, weil YouTube ist nicht mein ganzes Leben. Aber es wäre gern dein ganzes Leben. Sag es doch ehrlich. YouTube ist ein Teil meiner Freizeit, die momentan noch meine Freizeit ist, weil ich darin meine Videos gerne poste, gerne zeige, gerne vorstelle. Ich mache Videos mit Let's Plays. Ich mache Videos mit mittlerweile auch wieder Hörbuch. Habe ich jetzt angefangen mit der Geschichte vom dunklen Zauberer. Er hat ein Hörbuch angefangen? Die Geschichte vom dunklen Zauberer? Drachy, du tausendsasser. Autor, Synchronsprecher oder Nursprecher und Webvideoproduzent. Wo gibt's das? Das suche ich gleich mal. Was? Drachy, das ist ja traumhaft. Das möchte ich hören, bitte. Das möchte ich hören. Aus meinem Buch, das ich geschrieben hab. Aus deinem Buch, was du geschrieben hast? Ja? Die Antwort der Träume oder wie heißt es? Die Kurzgeschichten des Drachenbaden. Die Kurzgeschichten des Drachenbaden. Wann ist das nochmal veröffentlicht? Also, 2035. Ja, gut. Es sind 10, 15 Geschichten. 10, 15 Geschichten. Der Drache, für Drachen der Mittel waren ja auch 10 bis 15 Folgen in der ersten Staffel. Ja, ja, Drachy. Ja, ja. Das muss ich jetzt auch noch einen zweiten Teil aufnehmen. Ja, nimm erst mal einen zweiten Teil auf, bevor du sagst, dass es 10, 15 Geschichten sind. Gilt auch für deine Erfolgsserie. Könnt ihr mal reingucken und lauter solche Sachen, ja? Und wenn ihr euch, wenn euch meine Videos nicht gefallen, da oben ist der X-Button. Ja, ja, wir kennen das, die, das kennen wir. Dann schaut sie einfach nicht an, weil ich hab noch niemanden gezwungen, in meine Videos zu gucken, wenn ihr mich unterstützen wollt. Das wäre auch richtig schlimm. Stellt euch das vor, der Drache zwingt euch dazu. Dann seid ihr so angeschnallt auf so einem Sitz und dann müsst ihr zugucken, wie der Drache was erzählt. Nein, Drache, nein, ich kann nicht mehr. Doch. Und danach kommt Vlog 006 und Vlog 007. Nein, nicht 007, der hatte die Überlänge damals. Nein. Wenn ihr meine Videos schauen möchtet, dann könnt ihr gerne hergehen und könnt mich gerne unterstützen, indem ihr mir einen Daumen hoch gebt, indem ihr mich teilt, liked, äh, kommentiert. Ich favorisiere dich auch wieder, Drache, kein Problem. Das sage ich auch immer allen, die mir zuhören, bitte mich favorisieren. Bis mir einer erklärt, was es ist. So weiß ich, was man alles machen kann, mich auf sämtlichen Postmöglichen Dingern verlinkt. Post Dingern, könnt ihr mich auch auf sämtlichen Post Dingern verlinken, bitte? Ja, das könnt ihr gerne alles machen, das juckt mich alles nicht. Wenn allerdings, und das habe ich auf Facebook jetzt gehabt, das Problem, mich schreibt jemand an und meint, ob ich ihm mein Video schicken kann, was ich gelöscht habe, mein Video schicken kann, weil er möchte dieses Video für sich selbst haben und irgendwas hochzuladen und ich habe gesagt, es wird ein Freund sein, Drache. Ganz klar, das ist ein Freund. Kannst mir bitte deine Videos, die du gelöscht hast und die Outtakes schicken? Ich möchte damit was machen, ich sage aber nicht was, brauche ich für mein persönliches Drachenarchiv. Wie nein? Bitte, Drache, komm schon. Ich bin doch ein Freund und ich finde, dass du eine sehr interessante Persönlichkeit hast. Komm, schick mir die jetzt. Schick die mir jetzt. Jetzt sofort. Ach, ist das schön, dass er auch den Leuten vertraut, Brachy. Schön. Nein, werde ich nicht. Ach, Reini, warum denn nicht? Werde ich nicht. Betreiben Sie Fanmanagement, Herr Reini? Komm schon. Denn ganz einfach gesagt, es ist mein Video. Ich habe das gemacht und ich habe das nicht ohne Grund gelöscht. Was könnte der Grund gewesen sein? Wir wissen es nicht. Reini, bitte, bitte, bitte. Komm, jetzt sei nicht so. Du bist eine richtige Spaßbremse gerade. Mann, ey. Und, wenn du ein Video machen möchtest, dann mach eins und dann hast du dein eigenes Video, ja? Wenn du ein Video machen möchtest, mach eins und dann hast du dein eigenes Video. Hm, der Drachenlord erklärt, wie das mit dem Web-Video-Produzenten Traumjob funktioniert. Ich habe ab und zu mal Sachen, wo ich mich an anderen YouTubern orientiere. Clone Wars, Apple War Pictures, ja, wir haben es. Aber ich nehme mir keine Videos von anderen, orientiere mich komplett an dem Video und mache dann ein gleiches Video. Hm, würde ich jetzt auch so sagen, dass du das nicht machen würdest, weil ich die Vorlagen nicht kenne, aber es gibt Zungen, die behaupten, dass du das bei deinen Let's Play Sachen durchaus machen würdest. dass du da anderen über die Schulter guckst, dann guckst, wie die spielen, die Wege und dann setzt du dich hin und sagst, ich mache das jetzt auch mal. Ich habe das aber noch nie gespielt, das Spiel. Ich gehe mal hier ran. Oh, hier ist ja ein Secret Room. Hups, wie bin ich da denn rein? Oh, gleich Excalibur, das Master-Schwert rausgezogen. Hups, oh, hm, Handfinger-Glück bei mir, was? Hm, Drachy, hm, hm. Das selbst ist so ein Video. Ich mache ein Video, in dem ich Sachen aus dem anderen Video abgeguckt habe und mich versuche, dementsprechend zu verhalten. Dementsprechend zu verhalten? Ich weiß, was er meint, aber, hm. Ähm, im Sinne von, meine Art zu schneiden, meine Art zu sprechen. Deine Art zu schneiden, ha, ha, von wem hast du die denn abgeguckt? Von dem dreijährigen Jungen, der dir dein Profilbild gemalt hat, was du leider nicht veröffentlichst? Ja, hier Drachy, kurz für dich, ne, das hier nennt man Schere. Solche Sachen, aber ich gehe nicht her und mache ein Video komplett wie jemand anderes, weil ich bin eine andere Person und ich weiß im Endeffekt nicht den Hintergrund Gedanken von der Person. Hm, die haben sich vielleicht Gedanken gemacht, bei dir ist das ja alles eher wirr im Kopf, ne? Jaja, da musst du lieber deinen eigenen Weg finden, den sogenannten Drachenlord-Weg. Deswegen, nein, ich werde meine Videos nicht frei rausgeben, ja, ich habe vor allem das Problem, mehrmals jetzt schon gehabt auf YouTube, dass Leute, die keine Genehmigung von mir haben, meine Videos nehmen und diese Videos wiederum neu bei sich hochladen. Warum sollte das irgendwer tun? Warum sollte das irgendwer Rainer, gebe Ruhe, Ruhe, Rainer. Was rechtlich nicht erlaubt ist. Auch wenn ihr Dann nehme ich es von deinem Kanal einen Moment. YouTube.com Drachenlord Wie viele waren dahinter? Ungefähr so? Hä? Finde ich ja gar nichts. Error 404. Hm. Komisch. Auch wenn ihr Musik dazu schneidet, auch wenn ihr äh, wenn ihr meine Stimme dabei habt. Haben wir nicht. Wenn ihr meine, mein Gesicht dabei habt. Auch das haben wir nicht. Oder mich Person, mich als Person dabei habt, ist das... Mich als Person. Nein, nein. Nein, nein. Das haben wir auch nicht. Solange ich keine Zustimmung gegeben habe, straflich, straflich. Ihr dürft es nicht neu hochladen. Hm. Paragraph 29, mein Freund. Und ich habe jetzt mehrere Videos schon löschen lassen von YouTube und umso öfter ihr das macht, umso mehr Probleme bekommt. Ja, wenn ihr drei oder vier Strikes habt, dann ist euer Account futsch. Drei oder vier? Ich dachte immer bei zweien. Der Drache kann drei oder vier. Wir zwei, Drache, drei oder vier. Dann könnt ihr euch einen neuen machen. Ich gehe sowieso davon aus. Dann könnt ihr euch einen neuen machen. So, dann müsst ihr euch wieder neu anmelden. Erstens weiß ich nicht, ob ich das darf und zweitens, da hast du ja nichts gefunden, verstehst du? Da schlägst dir der Schlange den Kopf ab und dann wachsen zwei neue. Wenn du Metapher verstehst, Siegfried. Ich meinte jetzt nicht Siegfried von der Polizeistation. Ich meinte jetzt wegen Nibelungensagen. Okay. Hater immer wieder kommen. Das sehe ich einfach aufgrund der Tatsache, dass ich mehrere Videos, mehrere Kommentare immer wieder lese. Wie jetzt zum Beispiel die Sache mit Absurd. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht, dass du ein Hater bist oder nicht. Ja, nee, kein Hater. Auf keinen Fall. Ja, manche Leute schreiben das immer wieder. Die wiederholen sich. Vielleicht sind die auch wirre im Kopf. Kann ja sein. Aber das ist jetzt zum Beispiel eine Sache, die ich normalerweise von diesem NSB-Black-Metalern bekommen habe und immer wieder das Gleiche. Und Absurd ist eine Band, die mich nicht interessiert. Ja, das hattest du ja am Anfang des Videos durchaus schon herausgearbeitet. Ja, Drachy? Da hast du uns ja schon den einen oder anderen Hintergedanken von dir verraten. Du musst das jetzt nicht aufwärmen. Wir haben es noch im Kopf. Das ist immer der Trick. Wir wissen noch, was du am Anfang gesagt hast, das Video, des Videos. Auch wenn du es vergessen haben wirst, wir wissen es noch. Und dann ist es wieder so, dass wir denken, jetzt könnte das Schnittprogramm hier nochmal einsetzen. wenn ich keine Videos mache und das wird so bleiben. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein paar Infos geben. Es ging so. Drei Kommentare hast du vorgelesen. Vier sogar. Der letzte war Hammer-Videos. Mehr davon. Danke. Ich muss der Frau jetzt nur antworten. Ja, mach das. Ein bisschen informativ sein das Ganze. Ja, also auf einer Schulskala von eins bis fünf würde ich sagen drei nicht. Es hat auch geheißen, dass meine Videos zu lang sind. Deswegen werde ich jetzt noch ein kurzes Video aufnehmen. Man sage mir nach, meine Videos sind zu lang. Also mache ich zwei kurze. Drachy, ein Meister der Täuschung. Indem ich euch mal kurz Fakten raushaue, auf welchen Festivals ich dieses Jahr bin, weil ich immer... Oh ja, unbedingt. Du hast ja schon mal ein ganzes Video gemacht, wo du das mit uns live geplant hast. Was heißt live? Was heißt geplant? Du hast erzählt und wir haben zugehört. Wenn ihr das Problem habt, dass ich diese Videos, dass ich diese Nachrichten bekomme. Ja, schlimm, ne? Immer, dass Leute was schreiben. Finde ich auch mal ganz schlimm. Ich hoffe mal, hoffentlich schreibt niemand was unter dieses Video und dann schreiben die Leute auch noch was. Oh, ey, richtig anstrengend. Noch mehr Arbeit. Das hier ist ja schon Arbeit und dann hast du nochmal Arbeit. Das ist ja ein elender Rattenschwanz an Arbeit. Oh, naja, naja. Also ich lese das eigentlich trotzdem ganz gerne. Ich schreibe auch gern zurück. Aber, harte Arbeit, ja. Oh, ich brauche Urlaub schon wieder. Bitte, bitte, bitte. Und in diesem Video möchte ich quasi sagen, ich bin auf dem Festival, ich bin auf dem Festival, auf dem bin ich nicht. Ja. Vielleicht benennst du die Festivals noch mit Namen, dann können wir es einsortieren. ansonsten hätten wir die Qualität, die wir heute die ganze Zeit schon hatten. Ja. Ich mag das und das und das mag ich nicht. Ja, dankeschön. Poesiealbum ist ausgefüllt. Da ich allerdings noch nicht sicher weiß, auf welchen ich bin, sage ich euch, auf welchen ich gehen werde. Aha. Ja, das macht dann Zukunftsdraree, Der kann dann dahin gehen. Ey, der soll doch den Mist ausbaden, den ich hier buche. Das soll der doch machen. Aber ich noch nicht weiß, ob ich dahin gehen kann. Ähm, Monsieur Lord, Meister der Täuschung, Sie haben mich gerade selber getäuscht. Und sich selbst wahrscheinlich. Uns alle. Der Satz ergab, nämlich der Selbstersatz wurde getäuscht. Ist ein Unterschied. Ne. Ich spule jetzt auch nicht zurück. Jetzt ist auch mal Ende hier. Drachy, mach mal einen Punkt jetzt, bitte. So, lange, kurzer Sinn. Wenn ihr das wissen wollt, könnt ihr das andere Video anschauen. Das wird dann wahrscheinlich heißen, sowas wie, keine Ahnung, irgend sowas wie, Äh, Drachy, Plant Festivals, Part 2, Part 1, war auch schon gut. Drachen Lords, äh, geht auf Festival. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht macht der Zukunftsdrachy das ja auch. Oder noch später, dann ist es Drache offiziell. Oder, irgend sowas in dem Sinne. Oder Festival, auf die ich gehe. Gehen möchte, gehen werde, vielleicht gehe, möglicherweise mir angucke, je nach Zeitplan, Kalender fragen, Rainer sagen, ich weiß es doch auch nicht, wie ich das nennen werde. Wichtig, ihr erkennt es an den Rechtschreibfehlern. Alles klar, aye aye, Sir. Irgend sowas wird es heißen, ja. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Metal, war ein langer Vlog heute. Hm, lang, aber nicht informativ. Aber wir gucken einfach dein nächstes Video, damit wir endlich wissen, wo der Drache hier im Sommer wieder versteckt ist. War ein sehr informativer Vlog, hoffe ich zumindest. Wie ich eben schon kritisch anmerkte, wie ich eben schon kritisch anmerkte, ging so. Manche sagen wieder so. Professor Dr. Prügelpeitsch und ich sagen so. Und dann sehen wir uns hoffentlich, ja, Montag spätestens wieder. Im Rechtschreibungsförderkurs der Grundschule Emskirchen. Oh ja, da bin ich dich auch hin. Allerspätestens dann, ja. Ja, allerspätestens Dienstag, für euch Mittwoch, für einen Mahlzahndonnerstag. Danke, bis dahin, euer Drachenlorz. Ciao, Leute. Euer Drachenlorz. Ciao, Leute. Ja, Drachy, da du in diesem Video ja mit Schnitten wieder gegeizt hast, glaube ich, du greifst zur Kamera. Komm, lass mich diesmal bitte recht haben. Drachy, wo ist die Hand? Wo ist deine Hand? Zeig sie mir. Schnürr. Mensch, wenn wir das, wie beendet der Drachen, seine Videospiele spielen würden, dann wäre ich aber Level minus fünf. Minus fünf Punkte für einen Mahlzahndon. Hat schon zehnmal in Folge das falsch gesagt. Ja, aber wer konnte es wieder ahnen, dass ein Schnitt kommt? Irgendwie hat er das hinten raus, ne? Und ihr wisst ja beim Drachen, der letzte Schnitt ist der schönste. Ja. Was machen wir? Gehen wir in die musikalische Aufweitung. Was habe ich aufgeschrieben? Das kann ich schon nicht mehr lesen. Mist. Auf jeden Fall ging es um 312.000 Schaden, Zähigkeit von 8,6 Mille und Heilung reich ich gra... Drachy, wenn du diesen Förderkurs gleich buchst, ne? Für mich bitte noch Schönschrift. Direkt einen Schönschriftkurs nebenan buchen. Könntest du vielleicht auch direkt mitmachen. Machen wir zusammen, ne? Sitzen nebeneinander, aber nicht abschreiben, mein Freund. Nur, dass das klar ist. Ja. Das werden wir dann alles herausfinden, wenn wir meine Schrift entziffert haben. Also, ich würde sagen, wie immer, Zandtornplätzchen liegen da hinten. Freie Auswahl, bedient euch. Ich mag die besonders, gehen wir auf der einen Seite nur so ein bisschen Schokolade. Das ist nur ein kleiner Tipp von mir. Könnt ihr machen, wie ihr wollt, ne? Manche mögen das ja nicht so gerne. Ja, alles gut. Ähm, was machen wir? Machen wir ein Kochvideo, Freunde? Zu... Ganz spontan jetzt. Zum Jühlfest? Ja, Malzahnkocht Zandtornplätzchen. Oh, da hätte ich jetzt gerade Lust zu. Machen wir ein, machen wir hier so ein Kochvideo. Dann bitte keine Kochvideos. Bitte nicht. Und dann machen wir so ein Kochvideo, dass ihr die ganze Zeit nur mich seht und nicht, was ich in die Schüssel rein tue. Das ist, glaube ich, höchste Qualität. Ja, Zandtornplätzchen. Hm. Malzahnmelzer. Der neue Star am Kochhimmel. Ich sehe mich schon, Freunde. Ich sehe mich schon. Gut. Ich sehe mich und ich höre mich auch jetzt und ich würde sagen, wir gehen direkt jetzt in die Musik. Dann können wir noch mal ein bisschen nachfühlen, wie sich der Drache beim Diablo 3 spielen gefühlt hat. Als, was war er, Paladin? Nee, Monk. Monk. Er war ein Monk. Eselsbrücke war immer, der Honk war ein Monk. So habe ich mir das gemerkt. Ja, okay, dann, äh, Klatsch, Klatsch, SS, Mampf, Mampf und, äh, Spiel, Spiel, Musik, Musik. DD3, Drachis Diablo 3. Hallo Leute, habt ihr schon gewusst? Ich bin dein Profi-Zocker. Uh, 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 das passt ziemlich gut zu meiner Einstellung als Stubenhocker. Uh, 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 und dann zocke ich den ganzen Tag und mach meine Let's Plays. Die werden bei mir nämlich häufig geklickt. Das sind meine Zocker-Days. Ich bin ein Mönch im Diablo 3 und ihr seid mit dabei. 312, 12.000 Schaden könnt ihr von mir haben. Ich schnetze mich durch die Horden. Egal ob Süden, Osten, Westen oder Norden. Habt ihr mich bei einem Raid dabei? Sind wir immer die Gewinnerpartei. dieses Game, dieses Diablo 3 ist mehr als nur ein Spiel. Uh, uh, ich wünschte, ich wäre der Held dabei. Wär das denn wohl zu viel? Uh, uh, könnte ich tauschen, wär ich gleich dabei. Ach, diese blöde Realität. Virtuell bin ich ein umjubelter Held. Dafür ist es offline zu spät. Ich bin ein Mönch in Diablo 3 und ihr seid mit dabei. 312, 1000 Schaden könnt ihr von mir haben. Ich schnetze mich durch die Horden. Egal ob Süden, Osten, Westen oder Norden. Habt ihr mich bei einem Raid dabei? Sind wir immer die Gewinnerpartei. Meine Zähigkeit ist bei 8,6 Mille. Also wie in Wirklichkeit mit super starker Wille. Meine Heilung, die weiß ich gerade nicht. Ich bin ja auch kein Healer und das ist nicht meine Pflicht, dass irgendjemand anders meine Charaktere trainiert, weiter levelstärkt und dann läuft das wie geschmiert. Da mach ich mir doch nicht meine Finger krumm. Mal ganz ehrlich, ich bin noch nicht dumm. Ich bin ein Mönch in Diablo 3 und ihr seid mit dabei. 312, 1000 Stunden, äh Schaden könnt ihr von mir haben. Ich schnetzel mich durch alle Horden. Egal ob Süden, Osten, Westen, Katakomben oder Norden. Habt ihr mich bei einem Raid dabei? Sind wir immer die Gewinnerpartei. Das, was ich für euch bin, wisst ihr, wie man das nennt? Fleisch gewordenes Fanmanagement. Nur einmal versungen. Juchu. Also, ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Wir hören uns, wir sehen uns, wir freuen uns. Alles zusammen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin schon mal, ich warte einfach hier. Bis zum nächsten Mal. Ihr kommt einfach wieder, ne? Verteilt euch in alle Rinde, Winde, Richtungen. Habt ein reales Leben. Und dann treffen wir uns alle wieder hier, ne? Bis zum nächsten Mal. Es ist großartig, dass ihr da seid. Vielen lieben Dank. Ach ja, und Metal auf.